unserem Samstags-Quest-Stream. Ich glaube, ich habe alles ordentlich eingestellt, Sound müsste passen. Ehre sei euch in eurem Haus, Sehera. Mein Fürst D. Weitführ möchte gern umgehend mit euch sprechen. Wenn man einen weiteren Charakter erstellt, gelten die Gegenstände vom ersten Jahr? Nein, also der fängt schon leer an. Du kannst natürlich deine Rüstung und so in die Bank legen und er kann dann aus die Bank zugreifen und kann es da rausnehmen. Aber er hat nicht automatisch, er startet auch nackt. Und er startet auch mit Level 0. Einzige, was passiert, wenn du jetzt schon Champions-Punkte hast, sobald dann der zweite Charakter Level 50 ist, kriegt er die Champions-Punkte vom anderen. Und ist dann direkt CP 500 irgendwas. Und du kannst auch schon mit Level 0 die CP dann verteilen. Also ich könnte jetzt hier auch alle 810 verteilen. Ich mache es halt nicht, weil Samstag ist halt Samstag. Ehre sei euch in eurem Haus, Sehera. Mein Fürst D. Weitführ möchte gern umgehend mit euch sprechen. Was will D. Weitführ von mir? Eure Hilfe im Austausch gegen eine beachtliche Unterstützungszahlung. D. Weitführ ist auf der Suche nach einem mächtigen Achtefakt und braucht eine Begleitung. Er beharrt darauf, dass kein anderer Kandidat in Betracht kommt. Für den Augenblick. Geht zum Tempel des Tribunals in Gramfeste. Fürst Für wartet dort auf euch. Habe ich eine Wahl? Natürlich, doch wenn ihr nicht kommt, wird ihr jemand anderen finden. Und dann bleibt ihr zurück. Für immer mit feiger Reue belastet. Meiner Einschätzung nach ist die Wahl wohl klar. Es ist eine große Ehre, die Weitführ zu dienen, Sehera. Überlegt euch gut, ob ihr diesen Vorschlag ablehnt. Ja, nochmal für alle neun Trops sind heute und morgen jeweils eine Kiste aktiv. Ich werde über D. Weitführs Angebot nachdenken. Mein Meister wartet auf euch im Tempel des Tribunals in Gramfeste. Ein Ratschlag für euch. Lasst ihn nicht zu lange warten. Wer ist eigentlich D. Weitführ? Nur der mächtigste Magier Tamriels. Fürst Für wandelt schon seit Jahrtausenden über die Straßen Nierns und taucht in die tiefsten Geheimnisse von Aurgis ab. Er schreitet mit Leichtigkeit zwischen Mundus und dem Reich des Vergessens. Hin und her. Dätrische Fürsten erzittern allein schon bei der bloßen Nennung seines Namens. Wenn er so mächtig ist, warum braucht er überhaupt mich? Es steht mir nicht zu, seine Entscheidungen in Frage zu stellen. Er hat mir aufgetragen, euch zu finden und ich habe gehorcht. Fürst Für schätzt unterschiedliche Perspektiven. Doch es gibt nur wenige Sterbliche, die ihm ebenbürtig sind. Also sucht er gern die Nähe von ungewöhnlichen Leuten. Vielleicht kommt ihr ihm ungewöhnlich vor. Vielleicht. Der Sterngucker-Herold ist auch ein Regtmensch. Kann ich? Kann ich? Das letzte Mal irgendwo was gesehen, gelesen, gehört. Tutorium. Untertitel ein. Der Sterngucker-Heroldes Kreuz % Vorführen. Also darbeizionan und zurück. bei lore fragen bin ich antuan antuan vielen vielen dank für deinen folge willkommen aus dem stream dankeschön aber eigentlich habe ich gesagt wir machen das erste giveaway machen wir jetzt auch das erste giveaway ist ein kaiserliches stilbuch das wird es einfach mal so verlosen wir nennen das ganze mal stilseiten es wird aber ein kaiserliches buch verlost dafür wie gewohnt ausrufezeichen giveaway pc steht schon fest wann das nächste event kommt das nächste event ist im märz des namens fest es kommt zwar jetzt im februar ich vermute am 18 februar am donnerstag startet zwar das tribunals event in morrowind und in clockwork ich habe mir noch mal die patch notes angeguckt vom november wo es auf dem pts war da ist nicht die rede von irgendwelchen bonus xp deswegen gehe ich davon aus dass bonus xp erst wieder zum narren fest aktiv sind aber es wird doppelten loot geben ihr seid endlich gekommen tretet vor wir haben viel zu besprechen ihr habt also entschieden euch mir anzuschließen bestens ich suche nach einem der drischen artefakt es liegt in einem fernen land verborgen in einer glitzernden stadt voller gefahren kuriositäten und widersprüchlichkeiten an einem solchen ort ist eine gewisse vielfalt in der weltanschauung überlebenswichtig das meint euch wofür genau würde ich mich melden eine reise die nur sehr wenige je unternommen haben wir werden zu sota ziels besonderem experiment reisen in die stadt der uhrwerke ich muss nachforschungen anstellen ihr werdet mir aushelfen ihr wisst wie man die stadt der uhrwerke erreicht das weiß ich die tribune sind nicht so schlau dass sie einen solchen ort lange vor mir verbergen könnten die stadt ist ganz in der nähe und doch auch sehr weit weg das ist nur das erste von sota ziels vielen paradoxen falls ihr euch dafür entscheidet euch mir anzuschließen solltet ihr bereit für viele weitere sein warum bittet ihr mich um hilfe ihr seid den gefängnissen von kalthafen entkommen wirklich ich glaube es wäre wohl leichter aus einem eisentresor am grund des meeres zu entkommen ihr seid äußerst vielversprechend ich kann jeden gebrauchen den man nicht so leicht zu fassen kriegt nun gut ich werde mit euch arbeiten sicher werdet ihr das natürlich habt ihr fragen leider werden sie warten müssen die dienen des tribunals halten nicht viel von blasphemischen reisen wie dieser trefft mich am wasserfall nördlich der stadt dort können wir die einzelheiten besprechen aber er ist schon leitung aber bitte rasch die zeit drängt sehr wir haben schon andere npcs hier in esor kennengelernt die waren weit weit hochniesiger gibt es doppelte ap sie haben ich guck gerade noch mal ob es neuigkeiten dazu gibt also der eingereichte dings für montag für die test wochen ist ohne doppelte ap china hat zwar geschrieben sie gucken nach einem weg das noch irgendwie unterzubringen aktueller stand ist doch da stehen sie update we will be activating double ap during the upcoming tests nein und es ist nicht für es ist nicht für bgs weil es nur fürs erobern von und verteidigen von burgen geht erobern verteidigen von ressourcen für außenposten und fürs killen beziehungsweise heilen von anderen spielern nicht das hat sie glaube ich später noch mal bestätigt zum beispiel nicht für die abgabe von quests i assume that means pvp quests such as battlefront or bounty board quest will give will won't give doppelte ap korrekt genau also bgs werden keine doppelten ap's geben und auch nicht das abgeben von quests das heißt ihr könnt eure quests auch jetzt schon abgeben kriegt davon keine doppelten ap am montag nur für die pränen von burgen und so was angel plate einen wunderschönen guten morgen ja genau er ist ja ne er hat ja auch was drauf und ging es zu anderen wer noch arroganter als für ist zum beispiel der komische dude den wir in kramer kennenlernen nehmen den schon in kramer noch mal kommt chalidor chalidor finde ich auch schrecklich arrogant dann dieser komische typ den wir irgendwann mal in den brunnen schmeißen in die flasche einsperren der auf jeden fall wenn wir gerade nicht aufnahmen und noch mindestens 23 mehr hellinger ist auch so ein arroganter chio gorat ja chio gorat ist was anderes chio gorat ist ein gott also der kann arrogant sein na genau denn nasis nasis ist glaube ich stehen den wir waren uns galle region es gibt viele ab notan ja stimmt ab notan in der zumindestens in der alten main quest reihe nicht in allem was danach kommt aber in der alten main quest reihe ist ja auch schon ein bisschen der manni marco natürlich aber die sind ja auch böse arrogant also die dürfen ja auch arrogant sein weil sie böse sind da seid ihr ja kommt hier hinter dem wasserfall ist es nicht warte mal ist es nicht jetzt die prolog quest zur stadt der uhrwerke will ich doch noch gar nicht machen sorry leute die können wir nicht machen die machen wir erst wenn wir die stadt der uhrwerke machen da müssen wir aber dann da muss ich unbedingt aufpassen dass wenn wir die stadt der uhrwerke irgendwann questen dass wir hier die die dat für quest machen wir machen ja jetzt kein pro pro clockwork prolog dann schmeißen wir das komplette programm hier durcheinander das geht so nicht könnte versuchen komme ich hier hoch ein berg ist der wasserfall in dem ich eben war komme ich den hoch kann ich hier hoch klitschen nein und big lala fast und auch tier lon vielen vielen dank für eure verloser kommen beim stream na vor ihm gut das ist jetzt keine wirkliche prolog quest weil sie ja nicht als solche gemacht wird aber ich kann es dir nicht wirklich sagen ich weiß dass man die man kann sie ja zur not hier wo ist mein kram man kann ja hier zumindestens die quest für annehmen aber wo die sonst stehen weiß ich nicht sie mit dabei steht ihr findet er doch ich finde ihnen den kram feste müsste sich hier halt durch klicken und mal gucken ob hier irgendwas mit dabei steht bitte hört mir nur einen augenblick zu es ist sehr wichtig also es gibt mit sicherheit irgendwo eine liste aber die habe ich jetzt auch nicht parat so ich wollte die hier nicht nur aus ich muss sagen in eurer eigenen in eurer eigenen ach auf in eurer eigenen in eurer eigenen aber er erhofft sich dass seine familie in trocken hr 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 Ein zerstörtes Zwemer-Konstrukt, gleich neben einer Hauptstraße, das ist mehr als ungewöhnlich. Muss ich untersuchen. Dieses Konstrukt trägt viele Kampfspuren und ist schmierig von Öl und frischem Blut. Sein Metallrahmen ist verbogen und verbeult. Eine Spur aus zerstörten und umgestützten Wagen zieht sich gegen Nordosten. Ich sollte dem nachgehen, was hier geschehen ist. Die Räuber nehmen die Beine in die Hand. Es hat nicht geschadet, dass sich ihre Maschinen gegen sie gewendet haben. Könnt ihr mir erzählen, was hier geschehen ist? Banditen haben unsere Karavane überfallen. Sie hatten Maschinen der Dwemer bei sich. Wie Spinnen. Sie überfielen uns aus dem Hinterhalt. Wir hätten abgeschlachtet werden sollen. Aber dann brach der Angriff ab. Ihr sagtet, die Konstrukte hätten die Banditen angegriffen? Etwas lief schief. Die Spinnen haben plötzlich alles und jeden angegriffen. In dem Durcheinander konnten wir eine Banditin gefangen nehmen. Sie trägt die Insignien des Hauses Drees. Haus Drees? Eines unserer großen donmerischen Häuser. Es gibt Rivalitäten zwischen den Häusern, aber keine offenen Konflikte. Ihr seid ein Außenseiter. Vielleicht spricht die Gefangene mit euch. Wir halten sie ein Stück die Straße hoch fest, im verfallenen Turm. Ich werde sehen, ob sie mit mir spricht. Erstmal OG Bang Bacon Pancake. Vielen, vielen Dank für dein Follow und danke, dass du mir herunter machst. Und Tarnine und auch Hühnchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Knabelkätzchen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die Überreste eurer Karawane gesehen. Was für ein Durcheinander. Was für ein Durcheinander. Wir wurden auf dem Weg nach Narsis angegriffen. Banditen der Drees kamen mit Wehmermaschinen aus dem Nichts. Sie stahlen unsere Frachtkisten und einer der Anführer nahm sogar die Frachtpapiere an sich, als ob sie ihm etwas nutzen würden. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Ich will nicht, dass noch mehr meiner Träger verletzt werden, aber ich muss die Papiere und zumindest einen Teil der Waren zurückbekommen. Der Hausadlige, dem diese Ladung gehört, wird mir bei lebendigem Leib die Haut abziehen, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Die Banditen haben alles auf die Anhöhe geschafft. Ich werde eure Fracht und die Papiere zurückholen. Federwambo, einen wunderschönen guten Morgen und vielen, vielen Dank für das Follow. Ich glaube, ein Alert kam schon, kommt vielleicht danach noch. Ne, ah, Hühnchen, vielen, vielen Dank. So rum war es. So, da. Ein bisschen verzögert heute. Fienchen, einen wunderschönen guten Morgen. Gerade verlosen wir ein kaiserlichen Stilbuch. Für PCIU. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich bald, 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 bei Bethesda war ja die letzten Tage so recht ein bisschen auch Tower-Stimmung. Dann komme ich hoffentlich in Besitz von verschiedenen Boots für das Streamteam zum Verlosen, dass dann auch ein bisschen was für Konsole mal dabei ist. Genau, so ist richtig, so ist richtig. Dafür bezahlt man mir nicht genug. Warum habt ihr die Halo-Händler-Karawane angegriffen? Itis Omalor vom Hause Dres hat uns angeworben, die Karawane anzugreifen. Er hatte etwas, womit er die Maschinen aus den Ruinen zwingen konnte, an unserer Seite zu kämpfen. Äh, drück mal F5, Angelplate, drück mal F5. Oma hatte etwas. Was war das für ein Etwas? Ich weiß es nicht. Es sah aus wie ein Zauberstab, nur aus Metall. Aber das verfluchte Ding ist in die Luft gegangen. Und dann sind die Maschinen durchgedreht und haben alle angegriffen. Ihr werdet mich nicht töten, oder? Das liegt nicht in meiner Hand. Ich will nicht sterben. Könnt ihr nicht sagen, ich hätte kooperiert? Banditen der Dres sind auf dem Weg zum Eingang von Nucitums, um die Lalu-Wachen zu überfallen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch retten. Ähm. Es wird euch beim Stream selber schon noch angezeigt, nur anders als früher. Früher hattet ihr die grüne Schrift drunter, äh, von wegen Drops aktiviert. Äh, wenn ihr jetzt guckt und Drops sind aktiv, gibt es hier eine Kategorie, die heißt Drops aktiviert. Da könnt ihr auch draufdrücken und seht dann alle Kanäle, die jetzt gerade ESO streamen, wo dann Drops aktiviert sind. Ihr könnt dann auch, glaube ich, sogar hier oben nachsuchen und kriegt alles angezeigt. Hier jetzt aber halt auch viel mit Rust, weil da gerade Drops an sind. Oogie Boogie, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sehen hier nur ESO. Ich weiß, viele, viele, viele ESO-Exklusiv-Zuschauer. Aber ist ja auch das beste Spiel. Achso. Ja, was? Dann habe ich es falsch. Achso. Oh Gott, bin ich doof. Machen wir nochmal. Ich habe es falsch rum aktiviert. Also. Guck. Hier habt ihr jetzt unter dem Ding ein Ding stehen, das heißt Drops aktiviert. Wenn ihr da draufklickt, kriegt ihr auch alle Kanäle angezeigt, die gerade Drops aktiv haben. Zum Beispiel auch Arch-Age, Rust, Elder Scrolls. Und auch wenn ihr zum Beispiel nach Drops sucht, könnt ihr auch einfach nach Drops suchen und kriegt alles angezeigt, was Drops hat. Oder auch einfach hier bei Drops kriegt ihr auch alle aktiven Sachen angezeigt. Ich habe meine schon abgeholt. Aber hier seht ihr zum Beispiel auch noch ganz, ganz viel anderes. Fedderwambo, kann man Fragen stellen? Natürlich, darfst du immer. Plankieren! Jetzt! Der Stil Wurmkult, der Stil Wurmkult wurde während einem, ich glaube den gab es während eines Events, war es eh so Geburtstag. In irgendwelchen Belohnungskisten, das weiß ich. In welchen Belohnungskisten finde ich gleich noch raus. Und JB, einen wunderschönen guten Morgen. Das kann ich so nicht beantworten, weil wir auch durchaus schon mal Sets hatten, die dann nicht mehr getroppt sind. Aufgrund von neuen Inhalten von Pisten. Er ist getroppt beim vierten Geburtstag in den Kisten. Rein theoretisch müsste er dann im April, also wenn er wiederkommt, dann im April, wenn wir wieder Ese Geburtstag haben. Aber wie gesagt, wir hatten in letzter Zeit immer mal wieder neuen Inhalt in Kisten, sodass alter Inhalt rausgeflogen ist. Und dann irgendwie nur noch beim, zum Beispiel bei der Eventhändlerin erhaltbar ist, gegen Event-Tickets. Da gab es dann immer extra Kisten mit alles, was in vorherigen Events drin war, kann da dann erhalten werden. Ja, aber wie gesagt, würde ich einfach bis April warten, bis dann die Einzelheiten zum siebten Geburtstag dann vom Event klar sind und kommuniziert werden. Muffin-Komet, einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde halt, Ese sind die Quests, ja. Ese hat eine sehr, sehr schöne Quest-Umgebung und es macht auch wirklich Spaß. Und selbst, ne, ich habe jetzt so oft durchgeskippt und mir macht es Samstag so viel Spaß, mir die Quests anzuhören, sie zu spielen, weil da so schöne Sachen auch dabei sind. Ähm, das ist echt schön, es lohnt sich auch wirklich. Und Kasa, Hael, einen wunderschönen guten Morgen. Du hast echt deine Tagsaufgabe gefunden. Alter, was ist denn mit diesem Kind? Jeder, dem der Respekt des Hauses Dres gebührt, hat auch meinen Respekt verdient. Als ich diese Banditen der Dres kommen sah, dachte ich schon, es wäre aus mit uns. Doch ihr habt euch wirklich eine schöne Schneise durch sie geschlagen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, herauszufinden, was diese Halunken vorhatten. Eine gefangene Banditin, meinte der Stab, mit dem er die Konstrukte kontrollierte, sei während des Angriffs explodiert. Ha, das erklärt, warum die Konstrukte sich gegen die Banditen gewandt haben. Ich habe gesehen, wie jemand in der Tracht der Dresd die Ruinen betreten hat. Er wedelte mit irgendeiner Reliquie herum. Ich schätze, das war Itis Omalor, der Anführer dieses Überfallkommandos. Wie sollten wir eurer Meinung nach damit umgehen? Ich hätte nichts dagegen, den Dresd den kompletten Schaden heimzuzahlen, den sie angerichtet haben. Ich muss hier draußen erst noch aufräumen, aber ich will diesen Halunken von Omalor zur Strecke gebracht sehen. Er ist da hineingelaufen. Habt ihr Interesse an einer kleinen Jagd? Ich werde sehen, ob ich ihn finden kann. Was? Ihr dort. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ihr dort. Hat Mera euch geschickt? Ich habe dieses nachhallende Ding an einem der zerschlagenen Konstrukte gefunden. Ich glaube, dass der Stab der Dresd sie mit Hilfe dieser Resonatoren kontrolliert hat. Ihr scheint eine Menge über die Konstrukte zu wissen. Nicht so viel, wie es mir lieb wäre. Aber ich glaube, die Konstrukte erhalten ihre Befehle vom Stab über die Resonatoren. Die Sphären schlachten zerstörte Spinnen aus. Was wäre, wenn wir in diesen Prozess eingreifen? Dann könnten diese Konstrukte nicht mehr durch die Stäbe kontrolliert werden. Und irgendwann würden sie ihr Erschein ganz einstellen. Genau. Wenn ihr Sphären oder Spinnen zerstört, nehmt ihnen die Resonatoren ab. Dann könnt ihr sie mir zum Studium überlassen. Und wo ihr gerade dabei seid, könnt ihr auch alle Reparaturstationen zerstören, die ihr seht. Dann können sie keine weiteren Resonatoren herstellen. In Ordnung? Verstanden. Ich kehre bald zurück. Aber es ist doch jetzt einfach genau so wie vorher. Oder bin ich... Sollte ich besser nichts sagen. Auf die Seite! Und an die neuen Zuschauer nicht wundern, samstags habe ich keine CP eingesetzt in meinen Quest-Char. Der darf auch nur anziehen, was er findet. Und er hat auch nicht immer die ganz sinnigsten Skills auf der Leiste. Äh, es wird ein Heiler. Also es wird mal irgendwann... Die Nightblade, die ich dann zum Heilen einsetze. Wenn ich denn mal heile, was ich schon relativ selten mache. Aber im Moment ist es dann halt so, dass ich meistens mein Main-Char umskiller. So ein Templer, der eigentlich mein... Den ich als Highlight-Char habe, habe ich einfach keine Lust zu spielen. Und da ich samstags ja immer neue Charaktere brauche. Gibt es ihn. Und Paddlemin? Vielen, vielen Dank für dein Follower. Nightblade Heal ist mega cool. Ich habe beim Altmeri-Gebiet, beziehungsweise schon für Craymore, ist es ein Tank gewonnen. Und jetzt halt noch Heal. Mal gucken, was es dann wird, wenn ich mir einen neuen, scharfes Nixen wieder stelle. Weil das muss ja dann auch wieder durchgequestet werden im... Im Stream. Ich bin mal gespannt. Ich muss... Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Mit... Dass ich hier mit Ebenerzpack durch bin. Bis dann das neue Kapitel erscheint. Guten Morgen, Küstchen. Ja, genau. Bei mir ist es halt wirklich auch die Nightblade. Ich denke mir dann manchmal so... Ah, der... Der Hüter ist ja eigentlich fast genauso zu spielen. Der macht ja auch Spaß. Und dann... Oh, nee. Keine Ahnung. Ich komme dann... So zwei Minuten mit beschäftigt. Und... Dann will ich eigentlich wieder nur noch Nightblade spielen. Terrorfelles. Vielen, vielen Dank für den Follower. Willkommen im Stream. Ja, und... Mal gucken. Mal gucken, was sie machen. Es kommt ja kein neuer Charplatz dazu. Aber vielleicht setzen sie alte wirklich ins Angebot. Und Stalker1428. Vielen, vielen Dank für deinen Follower. Willkommen. Sorg. Sorg ist auch cool. Sorg macht mir tatsächlich als Magiker auch Spaß. Einfach, weil er halt durch die Kristallfragmente auch immer so ein Random Element mit drin hat. Wo du nicht ganz einschläfst bei der Rota. Ich finde ihn super im PvP. Stamina Sorg habe ich noch nie gespielt. Finde ich aber furchtbar interessant. Gerade die neue mit den Messern, die fliegen. Werde ich mir vielleicht... Der ist vielleicht in der Verlosung für Sommer. Dann für Oblivion. Heiler muss auch sehr, sehr cool sein. Also ist auf jeden Fall kein schlechter Heiler. Tank. Weiß ich nur von Luca. Du stirbst als Sorg-Tank-Tank nicht. Itis Omalors Befehle. Omalor. Zweifelsohne habt ihr inzwischen vernommen, dass ich aus Kramfeste verbannt wurde. Vielleicht zweifelt ihr an euren Pflichten und überdenkt eure Loyalitäten. Ich gestehe euch eine gewisse Skepsis zu. Wir dürfen alle nicht aufhören, diejenigen, die Macht über uns haben, zu hinterfragen. Wisst jedoch, dass die Mission weitergeht und ich euch mehr denn je brauche. Der Bote, der euch diesen Brief überbrachte, hat auch ein Paket bei sich. Dieses Paket enthält ein Relikt twimmerischer Herkunft. Es ermöglicht einem kurzfristig die Konstrukte, die sich in den Ruinen von Mizzetums herumtreiben, zu kontrollieren. Die gefährlichen Sphären und Spinnen hören für eine kurze Zeit auf euer Kommando. In und um Nasus breitet sich eine Seuche aus. Wir schuften in den Schatten der Obsidianschlucht. Und es ist sehr wichtig, dass niemand aus Versehen in unsere Labore hineinplatzt. Einzelne Reisende kümmern mich nicht, aber große Gruppen, zum Beispiel eine Karawane, könnte versuchen, in der Nähe der Höhlen ein Lager aufzuschlagen. Eine Karawane des Hauses Harlow bricht in Kramfeste auf, um Hilfe nach Nasus zu bringen. Sie dürfen ihr Ziel nicht erreichen. Nehmt einige Krieger des Hauses Tres mit, die unmoralischsten und entbehrlichsten Strolche, die ihr finden könnt. Vergewissert euch, dass sie nicht davor zurückschrecken, andere Dunmeer zu töten. Bezahlt sie für ihr Schweigen. Was auch immer nötig ist, überwältigt zusammen mit den Räubern und den Konstrukten von Mizzetums die Halukarawane. Wenn euch der Sieg gewiss ist, hetzt die Konstrukte auf die Treskrieger und flieht aus dem Chaos. Der Preis ist hoch, aber es wird uns dringend benötige Zeit verschaffen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Sucht mich auf, wenn ihr eure Aufgabe erledigt habt. Ich werde euch finden. Marina, einen wunderschönen Samstagmorgen. Und Reakless und auch Prinz... Ne, Prinz Kelder, kann ich einfach so sagen. Vielen Dank für eure Follows. Willkommen. Und Chucky, einen wunderschönen guten Morgen. Wander Swiss Bruder, einen wunderschönen guten Morgen. So, machen wir erstmal weiter. Itis Umala. Hervorragend. Jemand, der noch geht, statt zu rollen. Los, verschwinden wir von hier. Ihr müsst wohl Itis Umala sein. Umma, Oma Loa sein. Was? Ja, natürlich. Ich... Moment. Verflick's nochmal. Ihr seid Teil der Karawane, oder? Schaut mal. Ich weiß, dass ich hier in die Ecke gedrängt wurde. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Helft mir einfach nur, hier lebend rauszukommen. Warum habt ihr die Karawane angegriffen? Ich habe getan, was mir aufgetragen wurde. Magistra Vox liefert keine Erklärungen für ihre Befehle. Sie gab mir den Stab, um die Konstrukte zu steuern. Doch beim Angriff gab er den Geist auf. Danach griffen die Spinnen jeden an. Was geschah dann? Ich bin weggelaufen und habe mich hier unten versteckt. Es klang so, als wären meine Banditen zwischen die Lalu und die Spinnen geraten. Ihr werdet mich hier rausholen, oder? Ich fürchte nicht. Entweder ihr stellt euch den Konstrukten, oder ihr stellt euch mir. Ich übergebe euch den Halo. Sie werden entscheiden, was mit euch geschehen wird. Ich mache es mir wieder einfacher. Also ich wüsste, was ich antworten würde. Also ich würde ja ihm den Lalu übergeben. Aber ihr entscheidet natürlich. Miggi Katze, einen wunderschönen guten Morgen. Krischi, schönen guten Morgen. Ausgeschlafen? Ja, wir sind ja schon seit zwei Stunden am Streamen, mindestens. Aber langsam lässt der Kaffee ein bisschen nach. Ich muss dann vielleicht nochmal nach Hütten. Okay, es ist relativ eindeutig, was die Zustimmung der Halo angeht. Ja, gleich. Ich übergebe euch den Halo. Sie werden entscheiden, was mit euch geschehen wird. Soll mir recht sein. Lieber Sie als diese wandelnden Kreissägen. Geht voran. Lebt wohl. Ja, Giveaway-Ziehung. Wir ziehen den Gewinner des kaiserlichen Stilbuchs. Und GevSQ, vielen, vielen Dank für den Follow. Willkommen. Kaffee ist auf Vorrat zu kochen. Nein, nicht, wenn du deinen Kaffee frisch mahlst und das Ganze immer mit einer einen Tassen Sieb frisch aufbrüchst. Sonst wird er einfach zu bitter. Wandelnde Kreissägen. Waldoin Clan, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen. Ja, wenn er unten ist, kann ich nicht. Ich glaube, ich habe den Mund vorhin gezogen, weil ich er Kuss gelesen habe. Was ist mit mir los? Ja. Ja, ja, du kannst ziehen. Kannst du ziehen. Nein, nein, ich glaube mir das als so wie hier Sharknado vorgestellt. Kreissägen Nado, ein schöner Film auf jeden Fall. Und Betran, Elahir on Tee und Aushilfsknecht Tee. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Willkommen im Stream. Und Prinz Keldar. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein kaiserlichen Stilbuch gewonnen. Folgende Möglichkeiten, die du hast, melde dich unbedingt hier im Chat. Entweder, wenn du nichts dagegen hast, schreib einfach deinen Accountnamen hier rein oder gib ihn Frau Kilana und dann kriegst du das Buch später nachgereicht. Und Astra einen wunderschönen guten Morgen. Nichts wird diese Konstrukte je wieder kontrollieren. Gute Arbeit. Noch eine Bedrohung erfolgreich bewältigt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Kann ich die Resonatoren haben? Ich will sie näher untersuchen. Fakt, woher kennst du das A-Team? Vielleicht können wir eine Methode entwickeln, um uns gegen diese Konstrukte zu verteidigen, falls so etwas nochmal passiert. Warum kann sie das A-Team zitieren? Krass. Ich kann nicht glauben, dass ihr Oma-Lau für uns da rausgeholt habt. Oh, das wird ein echter Genuss. Etis fürchtet um sein Leben. Er willigte ein, aufzugeben, wenn ich ihn aus den Ruinen fieren würde. Also denkt er, dass er gerettet wurde? Das werden wir richtig stellen müssen. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, aber ich bezweifle, dass Oma-Lau noch besonders glücklich sein wird, wenn wir mit ihm fertig sind. Und Franky, ein wunderschönen. Guten Morgen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, andere aussehen. Okay. Aber nachdem A-Team der Film rauskam, die Neuverfilmung, ist es glaube ich auch gar nicht mehr cool, A-Team zu zitieren, wo sie dann einfach mal den Kölner Dom nach Frankfurt gepackt haben und keine Ahnung, was alles gepackt haben. Hallo, Corduralen. Hallo, Corduralen. Ausschwärmen. Früher habe ich A-Team geliebt. Wie wichtiger, hat sich der Gewinner gemeldet? Guck gerade mal, dass er mir auf Twitch gewispert hat. Nein. Wir geben ihm noch bis 35. In der Zeit mache ich mir nämlich schnell noch einen Kaffee. Und wenn er sich bis dahin nicht gemeldet hat, verlosen wir noch. Ah, es müsste... Guck lieber nochmal, dass ich irgendwas Falsches erzähle. Es müsste einen geben. Es dürfte nur einen geben. Ja. Es gibt einen Tropf für 30 Minuten schauen. Heute und morgen. Also insgesamt zwei. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Tatsächlich hatte ich ja, wo die Ankündigung war fürs neue Tropf System, ein bisschen meine Zweifel. Dass sehr, sehr viele dann immer direkt abschalten werden. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Das habe ich auch gleich schon gesagt. Die Tropfs haben auf jeden Fall eine höhere... Höhere Auswirkungen als noch im alten System hatten. Es war auf jeden Fall schön zu sehen. Gott, oh Gott, ich pulle hier alles, ich pulle hier alles. Weg mit dir. Ich will mit ihm sprechen. Ihr seid zurück. Hattet ihr Glück bei der Suche nach meiner Fracht? Ich habe eure Fracht und die Papiere von den Banditen zurückgeholt. Das... Das ist beinahe alles. Ich kann es nicht fassen. Mein Auftraggeber wird vielleicht sogar Gnade zeigen. Ihr habt mich gerettet. Ihr hättet nicht helfen müssen, aber ihr habt es trotzdem getan. Habt Dank. Bitteschön. Bitteschön. Meister Angle ist eine sehr gute Sache. Gibt ein schönes Brot. Gibt einen schönen Titel. So. Ich bin gleich wieder da. Habe mir einen Kaffee. Geht aber relativ schnell. Und dann wird ein neuer Sieger verlost. Kurz werbung für euch. Aber ein INSignal. Bericht SZ-D Vielen Dank. 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 Hallo Brina, schönen guten Morgen und Minsk, dir auch einen wunderschönen Sonnigen, kalten Morgen. Hallo Frankie. Kronjavill, einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Und 15. 15. Boah, ich kriege ich nicht mehr hin. Vielen, vielen Dank. Danke, grünen. Und... Und... Wer hat gewonnen. Chan hat gewonnen. Can... Und... 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 Nein, 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 so läuft... Und... 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 Da leuchtet... Und... 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 Ich... Und... 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 Und vor allen Dingen, wo ist Chan? Ich vermisse Ebenherz. Ich wünschte, ich wäre zu Hause. Ich traf einen Lehrling auf der Straße, der meinte, dass ihr Hilfe brauchen würdet. Meister Raston Wendil ist verschwunden. Er ging ins Lager der Mabrigasch, um ein Handelsabkommen zu schließen. Es scheint, als hätte er die Stimmung innerhalb des Stammes falsch gedeutet. Etwas ist schiefgelaufen. Ich wünschte, wir wären nie in das Tal der Geisterschlange gekommen. Die Mabrigasch-Geisterschlange? Arschländer, aber noch abgesonderter als die meisten anderen. Sie beten einen Schlangengeist an. Raston wollte etwas von ihrem einzigartigen Schlangenleder eintauschen. Sie wollen mir im Augenblick nichts sagen. Wahrscheinlich, weil ich Teil des Hauses Lalu bin. Vielleicht sprechen sie mit euch. Könnt ihr mir noch etwas über diesen Ort erzählen? Ich hatte gehört, dass die Weitseherin hier das Sagen hat, aber Raston wollte davon nichts wissen. Er will einen exklusiven Vertrag für das wunderschöne Leder, das die Mabrigasch herstellen. Und er hat sich anscheinend zu weit vorgewagt. Als ich ihn das letzte Mal sah, sprach Raston mit Gulakan Harinat. Ich kann versuchen... Wisst ihr, warum man diesen Ort Tal der Geisterschlange nennt? Wer weiß schon, wie solche Orte ihre Namen bekommen. Itrini meinte, sie hätte gehört, die Geisterschlange wäre Sitis. Das ist Unsinn, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nur, dass ich in den Sümpfen große Schlangen gesehen habe. Mir kamen sie sehr lebendig und gar nicht geisterhaft vor. Ich kann versuchen herauszufinden, was mit Raston geschehen ist. Hab Dank, dass ihr nach Meister Raston suchen wollt. Ich bin sicher, dass er mit Gulakan Harinat sprechen wollte. Vielleicht kann er euch sagen, was mit Raston passiert ist. Gulakan Harinat ist eigentlich ein schön zu sprechender Name. Könnt ihr mir noch etwas über diesen Ort erzählen? Ich glaube, dass die Weitseherin den Stamm anführt. Aber Raston wollte davon nichts wissen. Er glaubt nicht, dass eine Frau so viel Macht haben kann. Ich hoffe nur, er hat sie nicht beleidigt. Jedenfalls zog Raston los, um mit Gulakan Harinat zu sprechen. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. So. Missy Trulla, einen wunderschönen guten Morgen. Wo will jeder? Spielst du auf PC? Oh ja, das tue ich. Hallo Little Abe, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dich zu sehen. So, wer macht jetzt den Haushalt? Ich muss mal gucken, dass hier Alexos mal ein bisschen in die Potte kommt. Tessi Bell, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. No skill on the fun. Alliallo. Klatschabber. Hallo. Euch allen. Willkommen, willkommen, willkommen. Der gewundene Pfad. Wer würdig ist, dem erteilt die Geisterschlange ihre Segen. Wer unwürdig ist, dem verschlingt die Geisterschlange. Die Geisterschlange lebt auf dem gewundenen Pfad. Einst folgte der Fluss neben dem gewundenen Pfad einem geraden Lauf. Doch der Geisterschlange gefiel dies nicht. Sie befahl den Tieren zu graben. Sie befahl den Leuten, den Boden aufzuwinden. Sie befahl den Felsen und dem Wasser, sich zu bewegen. Nun sind der Pfad und der Fluss gewunden wie eine wartende Schlange. Es ist nicht leicht, auf dem gewundenen Pfad zu wandeln. Da die Geisterschlange dies nicht wünscht. Die Geisterschlange jagt auf dem Pfad nach Beute. Und ihre Opfer werden zu Geistern. Diese Geister wandern auf ewig in den Windungen und Biegungen des Pfades, bis die Geisterschlange ihre Essenz schließlich genauso verschlingt, wie sie zuvor schon schwaches Fleisch verschlungen hat. Der gewundene Pfad ist mehr als eine Straße oder ein Fluss. Er ist ein Pfad aus Weisheit, Schleue und Erkenntnis. Die Diener der Geisterschlange sehen nicht den schmalen Weg. Stattdessen gibt die Geisterschlange ihren Segen, damit ihrem Diener über Verrat und Elend hinauswachsen. Die Geisterschlange zieht ihre Weisheiten, auf das ihre Diener die Unbilden des Lebens umschiffen mögen. Der gewundene Pfad ist nicht für die Schwachen. Die Geisterschlange muss fressen. Und wenn ihre Diener ihr keine Beute beschaffen, verschlingt sie zu Recht diejenigen, die ihr dienen. Die Geisterschlange ist der Vater abertausender Schlangen. Wo immer sich die Opfer der Geisterschlange versammeln, gedeihen ihre Schlangenkinder. Wie wir die Geisterschlange dienen, haben unsere Lektion gut gelernt. Nehmt nicht den einfachen Weg. Vergesst nicht, was am Boden liegt und nur darauf wartet, euch zu betrügen. Vergesst nicht, dass das ungesehene Kräfte euch beobachten und auf euch lauern. Vergesst nicht die verborgenen Dolche eurer Feinde und hört immer auf das zischende Wispern im Wind. Zich, zich. Ich schreibe diese Worte auf, um den gerechten Segen der Geisterschlange zu erhalten. Das Leben kennt keine Gerechtigkeit. Das Leben kennt keine Gnade. Das Leben ist nicht leicht. Die einzige Wahrheit liegt entlang der trügerischen Ränder des gewundenen Pfades und im Flüstern der Geisterschlange. Begreift dies oder flieht. Flieht und wir werden euch finden. Wenn die Geisterschlange euch findet, wird sie euch segnen oder ihr werdet sterben. Hunter PS, vielen, vielen Dank für deinen Follower. Willkommen im Stream. Gnabelkätzchen, schönen Samstag erst mal noch. Viel Spaß beim Brodeln. Brecht dir nichts. Hallo Weilander, wunderschönen guten Morgen. Verkur, einen wunderschönen guten Morgen. Und Hunter PS 2012, vielen, vielen Dank. Varianta. Varianta hat gewonnen. Die ist aber da. Natürlich, also es ist sogar mit dem Nord die am ehesten zu empfehlende Klasse für einen Tank. Agonia kommt auch immer mal ganz gerne drin vor. Der Imperial wird zudem im nächsten Patch meiner Meinung nach noch einen kleinen Buff erhalten. Der Nord wird ein bisschen geschwächt. Daher also mein Favorit beim Tank ist der kaiserliche. Auch weil er coole aussieht als der Nord. Also kannst du nichts falsch machen. Der schmeckt gut. Ja, jetzt haben wir endlich einen Gewinner, der ich gemeldet habe. Der letzte Narr, der uns besucht hat, hat es geschafft, beinahe jeden im Dorf zu beleidigen. Bitte sagt mir nicht, dass ihr hier seid, um zu Ende zu bringen, womit er begonnen hat. Händler Rastons Leute sorgen sich um ihn. Außenseiter haben hier keinen Platz. Diese Schergen vom Haus Lalu sollten einpacken und verschwinden. Der Händler ist jetzt in den Händen von Weitseherin Bodani. Das Haus Halu könnte andere Leute schicken, wenn Raston nicht zurückkehrt. Dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen. Ihr denkt strategisch und das weiß ich zu schätzen. Der Händler, die Weitseherin beleidigt und ihr Zorn lenkt ungewollte Aufmerksamkeit auf das Tal, spricht mit der Weissagerin Iru Ahan. Sie könnte gewillt sein, euch zu helfen. Dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Wenn es sein muss. Wie hat Raston die Weitseherin beleidigt? Dieser ignorante Außenseiter sagen wir einfach, er hat uns verspottet und die Weitseherin sehr wütend gemacht. Er wird der Geisterschlange dienen. Dafür wird die Weitseherin sorgen. Wir heißen Außenseiter nicht willkommen, aber wir behandeln sie höflich, sofern sie unsere Lebensweise respektieren. Gibt es hier wirklich eine Geisterschlange? Wir erfinden keine Geschichten, um Außenseiter abzuschrecken. Dieses Tal ist ein uralter Ort und wird auch von einer uralten Wesenheit beschützt. Die Mabrigash dienen diesem Wesen schon seit vielen Generationen. Gehen wir erst mal in die Drogenhöhle. Ja, das stimmt. Das ist aber auch eine wirklich, ich sag jetzt mal, random Stimme. Der Typ hat echt einen guten Synchron-Job, weil der unfassbar viele NPC spricht. live. Ich höre euch nicht so zu. Wenn ihr auch nur in meine Richtung atmet, verfüttere ich euch an die Schlangen. Vorerst genug von Personen, die nicht von hier sind. Ich möchte herausfinden, was mit Rast und Wendil geschehen ist. Der Händler ist nicht euer Belang. Sein Schicksal liegt in den Händen der Weitseherin und der Geisterschlange. Dennoch versetzt etwas das Tal in Aufruhr. Ich dachte, es wäre der Händler. Doch nun verweisen die Zeichen und Omen auf euch. Auf mich? Wovon sprecht ihr da? Die Zeichen und Omen sind überall um uns herum und beeinflussen die Ereignisse. Könnt ihr sie denn nicht sehen? Wenn ihr meinen Rat wollt, dann solltet ihr... Halt! Was war das? Eure Anwesenheit hat die Schlangengebundenen in Aufregung versetzt. Fuck. Ferel, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Zocker. Einen wunderschönen guten Morgen. Wen habe ich in Aufruhr versetzt? Was für ein Irsel ist das, ihr ruhelosen Geister... Und Zocker, auch vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ruhig, ihr Geister. Vertraut auf die Weisheit der Geisterschlange. Das ist eine Frechheit. Ich möchte mit dem Mann sprechen, der in diesem Stamm das Sagen hat. Du verrücktes Weisheit. Noch eine Außenseiter. Aber diesen... Ich kenne ihn aus meinen Visionen. Wir müssen sprechen. viel Spaß, gut war's. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch begrüßen oder verdammen soll. Ich bin im Auftrag der Händler der Halo hier. Sie sorgen sich um Rasthund. Dieser Narr hat unsere Jäger belästigt, unsere Weissagerinnen bedrängt und mich selbst schwer beleidigt, als er verlangte, mit dem Mann zu sprechen, der bei unserem Stamm das Sagen hat. Ich dulde nicht, dass meine Autorität in Frage gestellt oder das Tal in Aufruhr versetzt wird. Was werdet ihr mit ihm machen? Ich wollte ihn eigentlich zur Geisterschlange bringen. Doch durch eure Ankunft hat sich all das geändert. Ich habe euch in einer Vision auf dem gewundenen Pfad wandern gesehen. Ihr spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung über das Schicksal dieses Mannes und unseres Tals. Ihr wollt, dass ich über Rastons Schicksal entscheide? Ihr habt etwas Ungewöhnliches an euch. Ich spüre es und sicher weiß auch die Geisterschlange von euch. Sprecht mit diesem Mann. Schätzt ihn ein. Dann sprecht mit mir, sobald ihr bereit seid, euch der Prüfung der Geisterschlange zu stellen. Lebt wohl. Und Nuni Uka Avari und Stükiz finden einen wunderschönen guten Morgen. My Dark Burden. Hello. Astra, wenn du mit den Fragezeichen meinst, warum ein Timeout passiert ist, ich Timeout für eine Sekunde nur einfach im Chat, wenn diese Claim-Nachricht kommt. Das ist nur für sieht man nur bei Subs oder Mods, einfach weil es sonst zu viel im Chat wird, wenn jeder nach einer halben Stunde anfängt, die Kisten zu claimen und es immer im Chat mitteilt. Das wird einfach ein bisschen viel. Deswegen habe ich es auf die Blacklist gesetzt und dann wird es einfach für eine Sekunde kurz in Timeout gesetzt und fertig. Sonst nichts Schlimmes. Ich bin ein Meisterhändler des Hauses Lalu. Ich bin überall willkommen. Doch diese Leute wollen mich einer Schlange opfern. Warum wollen sie euch opfern? Woher soll ich das wissen? Ich bin ein ehrlicher Händler. Ich wollte nur ein kleines Handelsabkommen mit dem Stamm erreichen. Sie verdienen etwas Gold, wir verdienen etwas Gold. Alle machen ihren Gewinn. Und plötzlich fesseln sie mich und tun so, als hätte ich irgendein Verbrechen begangen. Ihr müsst etwas getan haben, um den Zorn der Weidseherin zu wecken. Ich habe nur von den hiesigen Früchten gekostet, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Frauen der Mabrigasch sind sehr liebreizend. Doch meine Schäkereien haben diese Hexe Wodani wütend gemacht. Noch dazu verweigern sie mir eine Unterredung mit dem Mann, der sie anführt. Warum stellen sie sich bloß so an? Seid ihr sicher, dass das alles war, was ihr getan habt? Naja, ich habe der Weidseherin gesagt, sie soll ihren Herrn holen und mir ein Glas Shane bringen. Aber ich habe richtig freundlich darum gebeten. Lasst sie mich nicht an die Schlange verfüttern. Ich habe doch nichts Falsches getan. Ich spreche mit der Weidseherin. Ich hoffe, sie hört auf vernünftige Argumente. Sie tut, als hätte sie hier das Sagen. Ich bin vor ihr sogar schon fast auf die Knie gefallen. Nicht wegen eines Heiratsantrages natürlich. Nur des Handelsabkommens wegen. Diese Schlangen heute würden ihnen ein hübsches Sümmchen Gold einbringen. Reichlich Gold für uns alle. Los. Gewiss, gewiss. Wollt ihr mitkommen? Ah, vergesst es. Ich bin schon weg. Rigor, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Pluto-Sniper. Servus. So, warum habe ich ihm jetzt nicht erklären dürfen, dass er entdeckt ist. Ich sehe wabernde Schatten und Wandel in unserer Zukunft. Brief an Bodani. Ihr seid wie eine Schwester für mich, Bodani. Ich weiß, dass ihr das vorhergesehen habt. Eure Sicht ist euer Talent. Eure Gabe. Ich wusste, wie es geschehen würde, aber nicht, warum es geschehen würde. Ich würde euch einweihen, um die Bande zu ehren, die wir in unserer gemeinsamen Zeit haben. Viele von uns wurden durch Entbehrung auf gewundenen Fahrt geboren, aber nicht alle. Der Aschkan eures Stammes richtete euch zugrunde. Er nahm euch alles, was ihr hattet, und er ließ euch zurück, ohne einen neuen Weg, den ihr beschreiten könntet. Ihr habt euch für das Überleben entschieden. Ihr habt euer Volk vor ihm behütet und beschützt. Der starke Harinat, die fleißige Rizano, die kleine Saniwaran und ihr Bruder Treizul wären euch nicht hierher gefolgt, wenn sie nicht daran glauben würden, dass ihr noch immer ihre Hüterin und Beschützerin wärt. Ihr habt euch entschlossen, sie zu führen, wie eine Weissagerin es tun würde. Ihr seid jetzt Mabrigasch, keine Weissagerin mehr in den Augen unseres Volkes und unserer Sitten. Die Geisterschlange wird sie noch alle holen, wenn ihr sie nicht wegschickt. Behaltet Harinat, wenn er euch Freude bereitet, so wie mir Trehuda und Unamets Freude bereitet. Aber schickt die anderen weg aus unserem Lager. Der Rest von uns wurde aus anderen Gründen auf den gewundenen Pfad geboren, die nicht alle so edel wie die euren und auch nicht zwingend gut geheißen werden müssen. Und doch treffen wir uns alle an einem ganz bestimmten Grund hier im Tal, um unser Leben zu verlängern und Macht für uns zu gewinnen. Schickt als letzte Handlung als Anführerin eure Leute in Sicherheit. Marie Miusa. Schlange! So, die Schlange! Hat keiner gesehen. Und was haltet ihr von diesem Mann? Ich glaube nicht, dass der Händler jemanden beleidigen wollte. Und dennoch hat er es geschafft, fast alle zu beleidigen und zu kränken. Meine Visionen sagen mir, dass ihr über das Schicksal dieses Mannes und das meines gesamten Stammes entscheiden werdet. Ihr werdet auf dem gewundenen Pfad wandeln und den Rat der Geisterschlange suchen. Was muss ich tun? Folgt dem gewundenen Pfad zu den Schlangenzähnen. Sammelt genau acht Moorratten entlang des Weges, um eine ordentliche Opfergabe zu haben. Nur wenige erreichen je die Spitzen. Schlangengebundene Geister werden euch mit jedem Schritt herausfordern. Sie spüren bereits eure Anwesenheit. Ich werde die Opfergabe zu den Schlangenzähnen bringen. Die Vision, die ich hatte, war mächtig. Eure Entscheidung wird über das Schicksal des Händlers und der Mabrigasch entscheiden. Doch ihr müsst mit der Geisterschlange sprechen. Der gewundene Pfad beginnt gleich außerhalb der Siedlung. Aber wisset, dass die Schlangengebundenen und die Schlangen selbst euch den Weg verstellen werden. Könnt ihr mir etwas über die Opfergabe erzählen? Die Geisterschlange mag wohl Moorratten. Sie wären eine angemessene Opfergabe. Aber nur dann, wenn ihr genau acht dieser fetten Kreaturen zu den Schlangenzähnen bringt. Warum acht Ratten? Stellt den Willen der Geisterschlange nicht in Frage. Abgesehen davon passen genauso viele Ratten in die Tasche, die ich euch gegeben habe. Mehr kann ich darüber nicht verraten. Das Mysterium dieser heiligen Zahl darf nicht an die Ohren eines Außenseiters dringen. Ist es wirklich nötig, dass ich die Geisterschlange finde? Die Vision, die ich hatte, war mächtig. Eure Entscheidung wird über das Schicksal des Händlers und der Mabrigasch entscheiden. Doch ihr müsst mit der Geisterschlange sprechen. Der gewundene Pfad beginnt gleich außerhalb der Siedlung. Aber wisset, dass die Schlangengebundenen und die Schlangen selbst euch den Weg verstellen werden. Lebet wohl. Alte Sitten, alte Sitten. Okay. Auf zum Schlangenpfad. Bevor wir den Schlangenpfad betreten, starten wir das zweite Giveaway. Das zweite Giveaway besteht aus einem Telvani-Bücherregal, aus einem Beistelltisch, aus einem Telvani-Bett, aus einem Schreibtisch, aus einem Sofa und aus einem Thron. Wenn ihr mitmachen wollt. Ausrufezeichen. Giveaway. In den Chat. Und Luke Severide. Vielen, vielen Dank für den Follow, willkommen im Stream und hallo Max. Einen wunderschönen Samstagmorgen dir. Ja, du bist doch so eine Ratte. Beutel für die Ratten benutzen. Darf ich die nicht angreifen? Muss die ersten, die sie töten. Muss sie mehr töten? Hat sich eben gebückt. Ja. Kann sie so fangen. Ohne Kampf. Ira, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön. Danke für drei Monate. Und ich muss da unbedingt nochmal kundig werden, warum beim Resubscribe keine Text-to-Speech-Mag vorgemacht wird. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß, dass es mal ging und ich weiß, dass es eingerichtet ist. Aber. Da muss ich mich nochmal kundig machen. Der Spessart. Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen, vielen Dank. Aber. Nicht vergessen. Es ist nicht nur Nico und ich. Da gibt es auch noch einen Lord Morrowind, eine Lasu und ganz, ganz viele Helferchen, die dazu beitragen, dass Arkais Segen so läuft, wie es läuft. Und ich habe da tatsächlich noch weniger mit zu tun, weil ich mich zeitlich gar nicht so verteidigen kann. Aber, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dich wohlfühlst. Und auf, dass es noch lange, lange weitergeht. Es gibt viele, viele, die in Arkais Segen dazu beitragen, wie es Arkais Segen läuft, wie es ist. Wäre cool, gerade mein erstes Haus zu bekommen. Ja, dann viel Glück. Risas Tagebuch Mein Name ist Risa Uvaril. Mein ruheloses und waghalsiges Wesen hat mich an diesem Ort geführt. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Ich habe keine Angst. Aber ich habe eine Sorge. Das Amulett, das meine Mutter mir gab, ging verloren. Im Kampf gegen die Schlange, die mir jenes Gift verabreichte, das mich nun tötet. Wenn ihr dies lest, dann wünsche ich euch, dass es euch auf dem gewundenen Pfad besser geht. Falls ihr ein kleines goldenes Amulett mit einem gravierten R bei einer der Schlangen findet, dann gibt es meine Mutter. An Leida Uvaril in der Festung Tal Daik sagt ihr, dass mein letzter Gedanke ihr galt. Das Tagebuch zuschlagen. Und FTLF, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und willkommen hier beim Samstags-Quest-Street. Wir sind immer noch in den Schaden. Wir sind gerade auf dem Pfad der gewundenen Schlange und haben gerade ein Giveaway mit wunderschönen Talbani-Einrichtungsgegenständen auf. Und wer FTLF noch nicht kennt, guckt ruhig mal rüber, lasst ein Follow da. Oft früh, früh morgens unterwegs und hat auch mal ein ganz abwechslungsreiches Programm. So, was mache ich hier überhaupt? Ich suche die Riesenschlange. Dafür muss ich sie doch töten. Hallo, warum darf ich dich nicht angreifen? Hallo, Zocker. Hallo, Zocker. Wo sind denn jetzt hier noch Riesenschlangen? Hör auf, meine Riesenschlangen weg zu kämpfen. Wir hören mir. GZ zum Meister Angler. So, da oben ist die Main Quest. Das werde ich aber erst machen können, wenn ich hier. Dann kann ich hier runter gehen, kann abgeben, kann hier rüber gehen, kann dahin gehen. Und ist das weiß. Und dann kann ich da hochgehen. Guter Plan, guter Plan. Nike 1912, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Hallo, willkommen im Stream. Ist aber eigentlich auch ein ganz schöner Steinplatte will ich auch fürs Haus haben. Auch wenn es agonisch ist. Die Schriftrolle der Acht. Schriftrolle der Acht. Schlange, Dunkelheit, Verschlinger, Träumer, Stille, Licht, Tod, Wiedergeburt. Das sind die acht heiligen Aspekte der Geisterschlange. Jede enthält eine Wahrheit, eine Lüge und ein Geheimnis, das sich selbst umschlingt und sich ewig schlängelt wie die Windungen der großen Schlange. Geisterschlange, nehmt unser bescheidenes Opfer an. Nehmt diese acht Ratten. Eure Opfergabe erfreut mich. Es gibt wirklich eine Geisterschlange. Das Warmblut wurde von denen geschickt, die dieses Tal ehren und schützen. Höchst verwunderlich. Die Mabrigasch hat mich gebeten, euren Rat einzuholen. Jeder Pfad führt in zwei Richtungen. Ins Licht und in die Dunkelei. Hell und dunkel. Gut und böse. Sonnenlicht und Schatten. Alle Dinge haben zwei Seiten. Kleines Warmblut. Was? Wollt ihr damit sagen? Lasst es mich euch zeigen. Voll gespoilert worden mit Besieg die Geisterschlange. Alter. Ja, ach da. Asst. Eure Mabrigasch hat mich keine Geisterschlange. Neh. Geistert. Oh no! Easy going. Kiste? Ne, keine Kiste. Peckstuhl. Ey, ich hab dich gerade besiegt. Werdet ihr den Mabrigasch jetzt helfen? Die Mabrigasch müssen ihre eigenen Entscheidungen fällen. Entweder sie gehen eine Verbindung mit der Welt da draußen ein. Oder sie bleiben von ihr abgesondert. Es gibt niemals nur Licht oder Schatten. Solange sie meine Sippe und mich ehren, können sie tun, was ihnen gefällt. Das ist immer ein cooler Gott. Wird das Tal sich nicht verändern, wenn sie sich entscheiden, ihre Isolation aufzugeben? Einige können im Tal abgesondert bleiben und andere mögen sich für die Außenwelt entscheiden. Zwei Richtungen auf demselben Pfad. Die Anwesenheit des Händlers hat das Tal bereits verändert. Was als nächstes kommt, ist unvermeidlich. Was ist mit euch? Ich bin die Geisterschlange. Ich bin beständig und doch in stetem Wandel. Eines davon gilt auch für euch und das andere vielleicht für die Mabrigasch. Helft den Mabrigasch nach eurem Leben. Die Entscheidung liegt ganz allein bei euch. Ich kann euch zur Weidseherin zurückschicken. Sie wartet schon an ihrem Zelt auf euch. Nee, ich würde mich gerne erst umschauen. Gucken, ob ich hier gerade noch eine Quest offen habe oder so. Was? Wo ist die Weidseherin? Steht da. Nee, da will ich noch nicht hin. Ich will laufen. Ich will laufen. Ich will laufen. Ja, der Sinch gehört ja zum Laufen. Wenn ich stehen hätte, wäre ich ja vollkommen verloren im Quest G. Ich will zwar schon ein bisschen Gold sparen. Ja, ja. Weil ich nicht so viel füttern müsste. Aber ich... Kornblume. Meine. Bergblume. Bergblume. Wenn du mal so cool wirst wie eine Kornblume, bücke ich mich vielleicht für dich. Vorher nicht. Hans-Peter Paul. Es gibt heute eine Kiste und morgen eine Kiste. Morgen die Kampagne geht dann auch um 6 Uhr los oder so. Da kann man dann die zweite Kiste kriegen. Warum bin ich jetzt hier drin? Achso. Aber ich... Pro Tag und pro Zuschauer nur eine Kiste. Äh... Also pro... Pro du. Also du kannst heute eine Kiste bekommen und morgen eine Kiste. Okay. 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 Hallo Toon. Hallo Toon. Habt ihr jetzt einfach den Weltbosk, den Höhlenbosk getötet, ihr? Nein. Der tapfere kleines Kripp. Der tapfere kleines Kripp lebte mit der Quamerkönigin, den Arbeitern und den Kriegern. Er war eine... Es war eine freie Quamerkolonie, die nicht an die Dunkelelfenmine oder eine andere Form der Sklaverei gebunden war. Aber der tapfere kleines Kripp langweilte sich. Die älteren Quamer sollten ihm nicht sagen, was er tun durfte. Warum seid ihr klüger als ich? Fragte der tapfere kleines Kripp einen Quamerarbeiter. Ich bin älter als du, Skripp, sagte der Quamerarbeiter, ungeduldig. Und ich bin auch sehr beschäftigt, also weiß ich, was am besten ist. Du musst dich vom Wasserfall fernhalten. Glaube mir, du bist besser dran, wenn du dich mit etwas anderem beschäftigst, statt im Strom zu spielen. Der tapfere kleines Kripp mochte diese Antwort nicht, also sprach er mit einem Quamerkrieger. Warum kann ich nicht im Wasserfall spielen? Fragte er. Quamerkrieger, ernst wie immer, schaute dem Kripp beim Sprechen nicht an. Stattdessen suchte er immer nach potenziellen Bedrohungen in der Höhle, die bekämpft werden mussten. Der Krieger kämpfte gerne und war immer auf der Suche nach einer Herausforderung. Der Wasserfall? Du kannst den Wasserfall nicht bekämpfen, kleines Kripp. Wasser ist kalt und schnell und man ertrinkt darin. Du solltest zur Eikammer zurückkehren und mit den anderen Skripps spielen. Dort können die anderen Krieger und ich über euch wachen. Der tapfere kleines Kripp mochte auch diese Antwort nicht. Nun, dachte er, wenn keiner mir einen wirklich guten Grund nennen kann, warum ich nicht am Wasserfall spielen kann, dann werde ich am Wasserfall spielen. Als der tapfere kleine Skripp sich dem unterirdischen Strom nierte, der aus dem Wasserfall hervorging, sah er einen kleinen Fackelkäfer vor sich. Hallo, kleiner Fackelkäfer, rief der Skripp. Oh, hallo, kleiner Skripp, sang der Fackelkäfer. Seine Stimme war heiß und sinnlich. Sie knisterte wie brennendes Feuer. Was bringt dich in den Teil dieser Höhle? Ich wollte am Wasserfall spielen, sagte der kleine Skripp, der tapfere kleine Skripp fröhlich. Fliegst du weg, damit ich passieren kann? Oh ja, sang der Fackelkäfer, ich fliege dir gerne aus dem Weg. Ich habe schon lange niemanden mehr beim Wasserfall gesehen. Und der Anblick unterhält mich sehr. Bitte, beeil dich. Ich möchte mal wieder lachen können. Der tapfere kleine Skripp mochte nicht, was der Fackelkäfer sage. Du, du willst zehn Lücher trinken? Nun, mir ist das so oder so egal, sang der Fackelkäfer. Aber ich mag das Gurgeln, wenn jemand ertrinkt. Weißt du, wie man schwimmt, kleiner Skripp? Der tapfere kleine Skripp dachte über das Lied des Fackelkäfers nach. Ich weiß, wie man schwimmt, log er. Aber ich habe heute keine Lust am Wasserfall zu spielen. Vielleicht morgen. Bis dann, Fackelkäfer. Wenn du darauf bestehst, klar der Skripp, sang der Fackelkäfer. Einen schönen Tag noch. Und der tapferige Klangskripp wanderte zurück zur Eikammer und suchte dort nach neuen Abenteuern. Weißt du Bescheid? Hallo Daniel. Und Paulani. Einen wunderschönen guten Morgen. Ist es, ist es der Boss? Oh ja, der Einfluss ist es der Boss. Warum sind hier so viele Gegner? Die habe ich doch gar nicht bestellt. Das ist der Boss. Wo ist denn der kleine Skript? Dann kann ich ihn vielleicht zum Wasserfall bringen. Und Misan-Trupa, vielen Dank für deinen Follower, willkommen im Stream. Oh-oh. 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 hat die geisterschlange zu euch gesprochen die geisterschlange sagte ihr müsst eure eigenen entscheidungen treffen die geisterschlange ist weise aber undurchschaubar ich hatte gehofft sie würde verlangen dass wir den händler zu ihr bringen es ist kein zufall dass ihr zur gleichen zeit wie der händler gekommen seid ihr seid in dieser angelegenheit verstrickt ihr müsst uns bei der entscheidung helfen jetzt nichts falsch was soll ich eurer meinung nach tun ich habe ein schlangen totem gefertigt dass die ineinander verflochtenen schicksale der madrigasch und des händlers darstellt holt es aus meinem zelt ich werde den händler her bringen lassen okay sie mit ihrer eigenen entscheidungen treffen können und nepukadnezar vielen vielen dank für deinen follow willkommen es muss eine entscheidung getroffen werden unser schicksal hängt davon ab hier ist das totem was nun jetzt müsst ihr entscheiden wenn die madrigasch isoliert bleiben sollen dann legt das totem ins feuer wenn wir unsere bräuche ändern und mit den hlalu handel treiben sollen dann geht das totem dem händler was geschieht mit raston wenn ich das totem verbrenne er wird im tal bleiben um der geisterschlange zu dienen wäre es denn so schlimm wenn die madrigasch weniger isoliert wären ich weiß nur dass es uns verändern wird ob zum guten oder zum schlechten wird allein die zeit erweisen ich brauche mehr informationen bevor ich mich entscheide sucht euch rat wo immer ihr wollt sprecht mit meinen leuten dem händler oder sogar mit der gehilfen des händlers wenn ihr es denn wünscht doch dann müsst ihr entscheiden okay ich mache halt das was die schlange mir gesagt hat ich habe mit einigen der weissagerinnen der madrigasch gesprochen sie waren äußerst höflich was soll ich eurer meinung nach tun ich bin selbst schon das eine oder andere mal opfer von rastons zweifelhaften scham geworden ich bin nicht überrascht dass er es geschafft hat sämtliche frauen im teil gegen sich aufzubringen ich frage mich ob die weitseherin einen anderen vorschlag überdenken würde ich wünsche raston zwar nichts böses aber ich habe da eine idee was schlagt ihr vor sie lassen raston am leben wenn er verspricht nie wieder über das tal zu sprechen oder hierher zurückzukehren dann unterzeichnen sie ein handelsabkommen mit mir sie machen die geschäfte mit mir und ich halte andere händler der lalu fern von einem solchen arrangement würden beide seiten profitieren das ist ein interessanterer vorschlag so haben alle ihren gewinn raston wird kein schlangenfutter ich erlange ansehen bei den lalu und die madrigasch können den einfluss der außenwelt auf das tal begrenzen lebt wohl aktuell läuft kein giveaway weil wir haben jetzt schon einen gewinner den habe ich aber noch nicht veröffentlicht für das erste paket aber wir haben heute noch ein paar gewisse am laufen also von daher geht gleich dann weiter es überrascht mich dass ein mann eine begegnung mit der geisterschlange überlebt hat meint ihr es wäre für den stamm von vorteil wenn man mit dem haus hallo handel treiben würde zuerst wollte ich nur dass der händler verschwindet aber ich habe mittlerweile nachgedacht vielleicht wäre es nicht so schlimm wenn man mit der außenwelt handel treiben würde nicht jeder hier ist eure meinung viele sind in ihren gewohnheiten festgefahren und fürchten jegliche veränderung aber wenn wir vorsichtig sind könnte es langfristig von vorteil für uns hirni aktuell heute ja kassahel viel spaß beim arbeiten heute ja weil heute verlose ich noch eigenes zeug von mir beziehungsweise zeug was ich von freunden gestiftet bekommen habe ich warte aktuell noch auf codes und giveaways für die konsole die sollten irgendwann die tage eintreffen und dann kann ich auch mal ein pet oder sowas für konsolen verlosen aber da habe ich wie gesagt aktuell noch nichts da das ist dann aber stream team offiziell was wir jetzt halt machen ist halt einfach so von uns von mir aus und wie gesagt da sind viele die immer spenden so nell bist du da wir machen aber noch was was am ich hol mal kurz aus und ich gehe mal kurz wohin ich bin gleich wieder da am montag gibt es ja noch ein bisschen was zu gewinnen ihr seht ihr da hinten immer die statuen am montag wird es eine molak bal statu zu gewinnen geben die ist in der allerersten collectors edition drin gewesen die hat kai für meinen geburtstags stream gespendet dass wir die verlosen dürfen ich werde dann dazu natürlich eure adresse brauchen gebt die kai weiter und kai verschickt die dann im namen von mir von zos an euch das ist diese statue wer sie nicht kennt die wird am montag verlost ebenso verlost was nicht ingame stuff ist ist eine tamriel unlimited tasse achtung nicht die tavernentasse die hier bei mir leider durch spülen etwas in der farbe verwaschen und es ist nicht mehr dunkel ist eher lila bei mir aber immer noch benutzen das sind zwei der sachen die dann über zos rausgehen und ebenso wird es mit meinem kanal design die habe ich anfertigen lassen die verlosen am montag auch und dazu kommt dann halt noch eine menge menge ingang stuff es wird gold geben es wird teure valkins goria montur seiten geben und xxx mehr wir haben auch alle runde dies jetzt werden event gab aus knochen zusammengebaut die wird jetzt geben und noch vieles mit mehr und hallo lara nö 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 ich null nett also ich werde 39 alles ganz easy aber wie gesagt hatte ich das ja auch so nichts großartiges ist wegen corona werde ich einfach streamen und wie gesagt kai hat ein bisschen was gestiftet können wir es uns gut gehen lassen ja ich weiß halt nicht ob das wirklich was besonderes astra ist astra mit der tasse oder ob das halt einfach von der tasse ist achtet auf eure schritte wenn ihr bei den mabrigasch seid außenseiter was denkt ihr darüber dem haus halo zu erlauben tauschhandel mit schlangen häuten zu treiben raston behauptet es würde sich nichts ändern aber ich traue ihm nicht wenn ihr mich fragt stehen die lalu gerade mal eine stufe über gemeinen dieben was soll ich eurer meinung nach tun wenn es nach mir ginge dann hätte man raston heimlich still und leise schon in der ersten nacht verschwinden lassen nachdem er hier auftauchte aber ihr fällt ja ihr diese entscheidung nicht ich ja der erste gewinner beziehungsweise die erste gewinnerin vom giveaway paket steht schon fest das zweite giveaway paket was dann aus einem telwani ablagen einigen viel viel licht besteht äh die werden wir dann noch ziehen aber die werden wir nicht noch ziehen sondern die werden wir dann auch erst mal ermitteln das giveaway machen wir dann starten wir dann aber jetzt noch nicht so in den paar minuten wird es losgehen wenn diese hure tavini sich mein geschäft unter den nagel reißen will wird sie es bereuen die mabrigasch zögern das tal für außenseiter zu öffnen sie behandeln mich also wie einen verbrecher ich habe ihnen die ganze zeit über nichts als respekt entgegengebracht du bist mir gerade unentratisch was ist mit dir ihr hättet auch vorteile durch den handel natürlich hätte ich vorteile ich bin ein händler ich treibe handel wie wäre es hiermit schlagt ihnen ein eingeschränktes handelsabkommen zu ihren bedingungen vor und ich verspreche dafür andere händler vom tal fernzuhalten alles klar lara ich bin ja auch schon von irgendwelchen npcs als huso beleidigt worden also von daher bin ich hier so einiges gewohnt was hier in eso mir an den kopf geworfen wird halana und auch knurps vielen vielen dank für eure follows willkommen im stream line habt noch einen wunderschönen samstag genieße hoffentlich so ein bisschen das schöne wetter noch hab noch einen schönen tag muss man question ja das ist in irgendeinem öffentlichen verließ im deutschsturz bündnis ich muss irgendwo noch den klick im klick haben das halt wirklich irgendwie was ist hier los unser schicksal ruht in euren händen ich habe meine entscheidung getroffen durch eure nächste tat werdet ihr unser schicksal besiegen wenn die mabrigasch anderen zugang zum tal gewähren sollen dann gibt das totem dem händler wenn wir abgesondert bleiben und das tal ohne einmischung von außen behüten sollen dann verbrennt das totem im feuer das ist doch wahnsinn was für leute seid ihr denn ich verlange sofort mit dem mann zu sprechen der hier das sagen hat es ist vollbracht ich bin mir nicht sicher ob ihr für immer so zurückgezogen leben könnt eure entscheidung stellt mich zufrieden raston wird der geister schlange ein guter diener sein ihr habt meinen dank für euren weisen rat bitteschön riogex und auch astro einen wunderschönen guten morgen euch hiermit werdet ihr zum ja 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 da geht es jetzt hin die geister schlange hier habe ich in fünf sekunden besiegt der hat eh nichts drauf hallo so ich müsste mal wieder gucken ob ich vielleicht irgendwas an hier austauschen kann da sind zwar alle nicht so schön aber sind jetzt auch nicht so mega toll hier auf kette er hat denn schon kritisch muss jetzt auch nicht übertreiben sondern können wir mich dann auch raus nehmen und fair dann mal zeit ja daniel dadurch dass er halt keine montur benutzen darf hat er irgendwie sich entschieden also sagen wir so wenn er auf twitter wäre würde jetzt schon eine cancel culture über black facing über ihn hineinbrechen ihm scheint es irgendwie nicht zu jucken ich muss irgendwann ein neuner imblick finden aber so ist es halt wenn wir das montursystem nicht benutzen so sind wir früher alle rumgerannt und haben uns immer geärgert wenn dann das neue besten slot set irgendwie agonisch war oder furchtbar hitzlich aussah und hat sich gefreut dass die hose vom ätherischen archiv set wo ich jetzt gerade nicht auf den namen kam das ganze irgendwie cooler gestaltet hat was braucht ihr von mir in game genau dass wenn das sein account namen ist reicht das weil ich das für samstags so festgelegt habe also er darf nur samstags kriegt er keine cps die class die ich für samstags erstellen er darf nur das anziehen was er findet und er darf erst wenn der level 50 wird an den monturtisch und kriegt dann eine ordentlich aussehende ausrüstung gebaut die dann zu seinem charakter gehört so und vielen vielen dank für die dietrich mel ist ja aber auch im akk siegen neue nachricht neue nachrichten so viel spaß hallo steel and magic nein der darf auch die kopfbedeckung nicht ausschalten auch wenn das alles geht der muss da durch der muss eso so spielen wie wir damals alle eso gespielt haben wo jeder auch unbedingt den prätonenstil lernen wollte damit man so eine coole kaputze er hat umreißende es gab eine explosion und jetzt wird selphora überrannt ich wurde verletzt als ich versuchte zum gasthaus zu kommen geht es euch gut ich weiß nicht was geschehen ist die ältesten hatten sich in der mitte der siedlung versammelt dann gab es einen blitz und plötzlich waren überall geister so viele sind gestorben sie sind immer noch hier als wütende und rachsüchtige geister könnt ihr euch bewegen ich glaube schon aber wahrscheinlich nicht sehr weit ich muss zum gasthaus gelangen dort haben sich die überlebenden versammelt ich kann euch dort hinbringen folgt mir musst aber laufen umel dumm schönen samstag wann kommt eigentlich das update wo die skill punkte neu verteilt werden das ist das nächste update was kommt das ist flames of ambition das erscheint am achten dritten auf pc achten dritten achten dritten ja am achten dritten oder am ersten am achten jetzt kommt noch ein pts patch dann ist zwei wochen pause wegen stadia und am achten erscheint es dann dann wird es so sein dass alle eure champions punkte resettet sind weil es ein neues system gibt und auch alle eure fertigkeits punkte werden neu verteilt werden müssen weil ein paar bugs beseitigt werden aber ich habe auch so gemacht nur farbe montoren leeren klamotten ja wie gesagt er kriegt ja auch keine er darf ja auch keinen also ich krafte dem ja auch kein gier der soll ja auch gar nicht so schnell leveln er soll es auch ein bisschen schwieriger haben weil sonst wird der samstag ein bisschen zu fahrt wenn ich dem jetzt noch leeren gier gebe und dann halt noch cps oder sowas verteilen werden jetzt schon alle gegner die in der umgebung werden tot es bekommt es passiert sehr sehr viel im nächsten patch rüstung bekommen neue passiv teilweise oder alle jahr bekommen rassen bekommen andere werte teilweise also der nächste dlc patch wird sehr sehr umfangreich sein wie gesagt aber die punkte werden zurückgesetzt hauptsächlich da rum weil es mal einen bug gab und man teilweise eventuell zu viele skill punkte benutzt fertigkeits punkte benutzt die einem nicht zustehen und das wird damit mit überarbeitet und bräule einen wunderschönen samstagmittag ich war gerade in der küche warum habe ich denn da eigentlich nichts in den ofen getan das ist ein anderes buch was mit dir los ja klar sie hat man sich gefreut wenn man zusammen hatte damals der renner wie gesagt ich weiß protonen masken waren immer total im trend weil halt nur war halt maske mit mit kapuze war schon cool war nicht alles immer selbstverständlich und bb man grüße nach duisburg zurück willkommen im stream und ja manche von den neuen stilien dazu gekommen aber es gibt auch wirklich schöne die dazu gekommen sind aber nicht so wo du sagst also ich habe ja keine ich bin kein fan von ich trage dann alles das gleiche weil die einem coolere schultern wie die anderen gibt aber auch natürlich auch wunderschöne kostüme wie jetzt aktuell das kleid muss ich sagen auch also wenn ich einen weiblichen charakter hätte ihm steht es jetzt nicht so zum glück sieht man aber kein bauchnabel aber ihr seht ja mal wie wie jünger er mit der maske aussieht dank sei den dreien dass sie es geschafft hat die fürchteten schon der schlimmste es war eine knappe sache ich wäre tot wenn dieser reisende nicht geholfen ihr habt euch eine schlechte zeit ausgesucht um selphora zu besuchen geister streifen durch die straßen und unlöschbare feuer verschlingen die siedlung über alt nichts meldras unser neuer freund ist mächtig ich habe selbst gesehen was dieser reisende alles kann hä warum heißt die jetzt anders ach nee das ist die sowie warum ich keinen weiblichen charakter habe da könnte jetzt viel rein interpretiert werden aber tatsächlich spiele ich kann ich mich bei vielen spielen nicht dazu entscheiden einen weiblichen charakter zu spielen weil ich doch immer irgendwas von mir gerne in diesen charakter übertragen hoffe das versteht man richtig das kann ich nicht mit einem weiblichen charakter irgendwie also weil ich ja auch meine entscheidungen machen wenn es dann so spiele sind wie zum beispiel auch mass effect oder sowas wo es dann auch wirklich darum geht beziehungen einzugehen kriege ich das in meinem kopf nicht hin also ja deswegen gibt es bei mir nur männliche ich hätte nie gedacht dass ich so glücklich darüber sein könnte wieder in diesem gasthaus zu sein seid ihr hier sicher ich glaube schon zumindest für den moment doch wir machen uns sorgen dass es da draußen noch weitere überlebende gibt es gibt einen tempel auf dem hügel der die siedlung überblickt wir hoffen dass die anderen dort zuflucht gefunden haben ist denn niemanden was ist denn niemand nachschauen gegangen wir sind den geistern nicht gewachsen ich habe nur gerade eben so überlebt weil ich immer am rand der siedlung geblieben bin keiner von uns wird es dorthin schaffen ihr wollt dass ich dorthin auf gehe ja ich habe gesehen wie ihr euch so schlagt ich weiß dass ihr es schaffen könnt wie komme ich in den tempel er liegt auf der anderen seite der brücke es gibt eine treppe südlich von hier ich kann euch nicht sagen ob dieser fahrt sicher ist oder nicht gucken wir doch gleich mal ja gehen wir noch mal kurz die frage durch die frage durch und denkt dran wie viel müssen wir sammeln für die community herausforderung 357 würde mich sehr sehr freuen wenn ihr unten eure kanalpunkte investiert um an diesem boost teilzunehmen so stimmt was hätte ich davon ab damals ja das stimmt katori einen wunderschönen samstag are you mad dog ach so ps4 schade bei pc hätte ich dir jetzt einen guten tipp geben können ihr könnt hat man vielleicht wenn man vom pal ordering geheilt wird irgendwelche farblichen sachen pc hättest du einfach mit in die gruppe vom duel gehen können und hättest es so lox anhaben können es geht auf konsole ja leider nicht schwierig schwierig finde ich jetzt spontan gerade keinen ansatz ich mache mir aber noch mal gedanken vielleicht fällt mir irgendwas ein hallo desk korea schon wunderschönen samstag ja wie gesagt vielleicht fällt mir noch was ein ja 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 warte mal ich habe vielleicht noch eine idee wenn ihr duelle veranstaltet es geht auch nicht schade was hat das boosten jetzt eigentlich das letzte mal gebracht ich glaube gar nichts dann ich glaube zwei zuschauer ich glaube ich bin teilweise auf der wenn du auf die frontpage gehst und du followst mir nicht also beziehungsweise hast du ja wenn du auf der frontpage bist zum einen oben diese anzeige und du hast ja auch links immer noch die anzeige unter wobei jetzt gerade nicht habe ich das ist es immer nee man hat manchmal unter zwischen den freunden und deinen follow kanälen immer noch manchmal eine anzeige von wegen empfohlene kanäle da bin ich auf jeden fall bei dem einen oder anderen mit gespendet drin gelandet das ist das was ich noch irgendwie weiß rolle vielen vielen dank für die 100 bits dankeschön 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 mit max wunderschönen samstagmittag jetzt übertreibt es unterstrich koria 777 Mofi Wu Just Giftete Subscription to FS21 Mofi Wu Just Giftete Subscription to Joker 1989 Varianta 69 hat 100 Bits gespendet Hört mal auf, ich will mal irgendwann anfangen, mich zu bedanken Mofi Wu Just Giftete Subscription to Joker Stealer Magic, danke für 10 Bits Mofi Wu, vielen, vielen Dank für 5 verschenkte Community Subs Dankeschön für die Unterstützung, danke, 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 danke Und GZ allen, die ein Abo geschenkt bekommen haben Varianta, danke für 100 Bits Weilander, danke für 100 Bits Varianta, nochmal danke für 100 Bits Und Microwave, danke für 100 Bits Dankeschön Wow Frank, viel Spaß Ich fühle gerade, ich komme gerade hier nicht mehr ganz so mit E-Docs, Dankeschön für den Follow Und auch Are You Mad Dog, danke für den Follow Willkommen im Stream Hilde hat 1.000 Bits gespendet Und Hilde, vielen, vielen Dank für 1.000 Bits Dankeschön für die Unterstützung Daniel, lass es dir schmecken Alles, was keine Lasagne ist, zählt nicht Und bei mir gibt es die Woche auch irgendwann ein Glas an Zumindest habe ich mir alles gekauft, was ich für brauche Hoffe ich komme dazu, sie auch zu machen Leute, ihr seid Wahnsinn Ihr seid Wahnsinn Dankeschön Danke für die ganze Unterstützung Ich brauche Hilfe Dabei habe ich heute noch nicht mal geputzt Crazy So Was muss ich hier überhaupt machen Ich muss hier in das Haus Ihr habt mich komplett aus Aus dem Konzept gebracht Wie eine Zuhause Mahlzeit, lass es dir schmecken Einfach nur Mahlzeit Hallo Jetzt bin ich gerade voll im Essfieber schon Weil ich auch Hunger habe Daniel jetzt frühstücken geht Und ich jetzt gleich auch in die Küche gehe Und mir was in den Ofen schmeiße Professorin Rose Vielen, vielen Dank für den Follower Willkommen im Stream Ihr habt die Frau gerettet Euch gebührt mein Dank Der Verzweifelte Ihr seid der einzige Geist Der nicht versucht, mich zu töten Ja, das ist wahr Mein Leiden folgt einem anderen Pfad Ich wurde dazu verflucht Auf ewig nur ein ohnmächtiger Zuschauer zu sein Wer hat euch verflucht? Ich zeige es dir gleich an das Bild auf der Karte In Kalta Sie sind euch erländer Ich glaube, es gibt vielleicht eine Möglichkeit Diese Siedlung zu retten Es ist nur so schwer, sich daran zu erinnern Ich muss wissen, was hier geschehen ist Ich schaffe es nicht Es ist, als ob meine Vergangenheit in einem dichten Nebel liegt Ich weiß nur, dass ich verflucht wurde Und etwas mehr Dies ist mein Heim Und ich muss dieses Leiden mit ansehen Wenn der Schleier um meinen Geist sich lüftet Erzähle ich euch, was ich kann Stell euch mal vor, der redet mit der Schlange Ihr zeigt gar nicht mehr voran Nun gut, was kann ich tun? Es gab eine Giraffe Irgendwo unten im Tempel Ihr Wasser war heilig Habt ihr die seltsamen Feuer in der ganzen Siedlung gesehen? An sie erinnere ich mich noch Vielleicht kann diese Flüssigkeit die Flammen ersticken Sie könnte die Flammen ersticken Ich fürchte, das weiß ich nicht genau Es gibt so vieles, was ich nicht weiß Ihr werdet es ausprobieren müssen Seht nach, ob das Wasser auch beim magischen Feuer In der Kammer des Baums Wirkung zeigt Sucht nach einer Feuerschale mit unnatürlichen Flammen darin Kammer des Baums? Als der heilige Veloth nach Reste einkam Was heute Morrowind ist Pflanzte er dort die Samen seines Heimatlandes in die Erde Nur der Baum von Sommersand überlebte Dieser Tempel wurde um ihn herum errichtet Seltsam, warum erinnere ich mich daran so deutlich Wenn sonst alles in Nebel gehüllt ist Ich werde diese Karaffe finden Gebt acht, Fremder Mein Herz verrät mir, dass Geister nicht das einzige sind Was nach Selphoras Zerstörung zurückblieb Alles klar Also, der Luxushändler Den findet ihr in Kalthafen In der leeren Stadt Wenn ihr hier den Pottstein nehmt Ihr reitet Richtung Bank Und der steht hier draußen auf der Straße Hat heute sehr, sehr schöne Sachen drin Soviel schonmal als Spoiler Wir haben es uns vorhin schonmal angeguckt Und Pluto Sniper Und auch Zicker Vielen, vielen Dank für eure Follows Willkommen im Stream Muss hier drinnen was machen Ich muss wieder mit ihm reden Sprecht mit dem Verzweifelten Ihr habt die Frau gerettet Euch gebührt mein Dank Okay Ich bin jetzt schnell Ich hab ein 2-2-Target bekommen Na toll, so wird man nie was sparen Ja, das ist das Das ist das Hinterhältige am Luxushändler Minsk Ja, der war mal eine Zeit lang Im Haus Ist aber schon Irgendwann letztes Jahr Um Kramer rum Irgendwann im Sommer Ist er verrückt worden Und steht jetzt vorne dran Antwort an Vox Erster Versuch Erin Vox Als der heilige Wehlord Sich vom Pfad des Krieges Abgewandt hat Als der Auszug beendet war Das war seine große Lektion Diese Lektion Sollten wir uns alle Zum Vorbild nehmen Mein tiefstes Mitleid Und insbrünstige Gebete Tü den Atalan Viel Spaß Katori Erhol dich noch gut Das heilige Gefäß Seid im Umgang mit dem heiligen Gefäß äußerst vorsichtig Es ist das wichtigste Reglicht unseres Tempels Und der Grund Warum unser Tempel überhaupt existiert Der heilige Wehlord Ist zwar am ehesten Für das Schwingen seines Hammers Wehlords Urteil bekannt Doch Er hat zu Lebzeiten Auch dieses Gefäß getragen Wie viele Gegenstände Die der heilige Gesegneter Besitzt es heilende Kraft Überdies besitzt es noch Verschiedene andere magische Eigenschaften Und Zerstörbarkeit zählt jedoch bedauerlicherweise nicht dazu Selphora ist am Ende Ihr werdet sie nicht retten Guter Hinweis So auch egal Müssen wir das nächste Giveaway starten Ist es schon gestartet worden Weil jetzt alle gerade anfangen Ich glaube nicht Wartet 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 Es läuft gerade noch gar kein Giveaway Nein Aber wegen dem Hinweis Läuft es jetzt Ihr seid schuld So nochmal als Erinnerung Was es zu gewinnen gibt Ablagen Und wunderschöne Telvani Laternen Unter anderem Der wunderschöne Goldene Kerzenhalter Ihr habt die Karaffe erhalten Es gab ein Echo hier Aber jetzt ist es still Selphora wird von seiner Schändung erlöst Was geschieht Geist? Wogegen habe ich dort unten gekämpft? Der Nebel beginnt sich zu lichten Aber es stürzen so viele Erinnerungen auf mich ein Wogegen ihr gekämpft habt War nur ein Echo von Magistra Vox Sie ließ es zurück Um die Geister an diesen Ort zu binden Als Teil ihrer Strafe für Selphora Was hat sie vor? Da ist etwas, das ihr sehen müsst Bepriesen seien die drei Magistra Vox Was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Haltet ein Ich trage den Hammer Velots, Priester Ich bin gekommen, um meine Leute gegen den Makel des Baums zu verdammen Was sagt ihr da Vox? Seid ihr verrückt geworden? Wahnsinnig? Ihr wollt mich wahnsinnig sehen? Ich werde euch wahren Wahn zeigen Ich werde euch wahren, um meine Leute gegen den Schmeißen zu verdammen Ich werde euch wahren, um meine Leute gegen den Schmeißen zu verdammen Ich werde euch in den Schmeißen zu verdammen Welche Hoffnung gibt es noch? Ja, ich weiß nicht. So, ich habe mich gerade noch schnell darum gekümmert, dass ich was zu beißen gleich habe. SC TV TV, Okat, Cash, Shami, Dude. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Dankeschön. Ich habe euch alles gezeigt, woran ich mich erinnern kann. Hat Vox euch getötet, Geist? Ich erinnere mich an meinen Tod. Doch all das liegt nun in der Vergangenheit. Ihr habt dringendere Dinge zu erledigen, als euch die Geschichte eines Geistes anzuhören. Ihr habt jetzt die Karaffe. Es gibt zwei Bewohner, die noch in der Stadt gefangen sind. Ein junger Mann und eine Frau. Doch die magischen Feuer kommen ihnen immer näher. Ich kann die Karaffe verwenden, um die Feuer zu löschen. Ja, das sollte funktionieren. Findet die Häuser, in denen sie eingeschlossen sind und befreit sie. Ich werde tun, was ich kann, Geist. Äh, Geschwindigkeit. Ja, das ist ein junger Mann und eine Frau. So viel, was ich... ...was so unnützig zu... ...skillen... ...da... Er macht am ehesten noch der Altarsinn... Wahnsinnige Geschwindigkeit! Was? 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 Ich muss mich eben angegriffen... Warum soll ich dir helfen? Die Nujel... Einen wunderschönen guten Morgen! Wer seid ihr? Wie seid ihr an den Flammen vorbeigekommen? Das ist jetzt nicht wichtig! Ihr müsst ins Gasthaus! Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen! Ja, aber für die... Das sind ja Geister und... Wo du es gerade sagst... Das dauerhaftige ist schon ein bisschen krank... Ja, ähm... Ich mag's auch nicht! Ich mag's auch nicht! Ich find's nicht schön... ...dauerhaft im... ...Speed Galopp da rum zu reiten... ...und auch alle anderen Leute da im... ...Speed Galopp rumreiten zu sehen! Ich find's einfach nicht schön! Aber... Mein Gott! Dann kann sich aber auch keiner mehr beschweren... ...dass man ja zum PvP gezwungen wird! Man kann's zwar abschalten... Das Problem ist, wenn man's abschaltet... ...über den Skill kriegst du's ja auch nicht mehr wieder! Das heißt, du wirst's anmachen müssen! Ja... Ich find's nicht schön! Aber... Ich find, es ist zu hektisch! Ich wusste, dass jemand kommen würde! Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben! Freut mich, dass ich helfen konnte! Ihr solltet ins Gasthaus gehen! Es ist ganz in der Nähe! Da das Feuer jetzt aus ist... ...sollte ich es schaffen können! Ähm, eben... ...Allianz-Kriegsbaum wird sich ein bisschen was ändern! So, egal! Das hastige Manöver, was du durch den Skill bekommst... ...wird nur noch dafür sorgen, dass du schneller läufst! Und, ähm... ...alles was Reiten angeht... ...hast du ne Passiv, wo du's rein... ...die du skillst und dann dauerhaft immer... ...immer deinen Speed Buff auf dem Pferd aktiv hast! Nur das schnelle Rennen ist dann über... ...das hastige Manöver zu erhalten! Astro ist nur ein Trop pro Streamer oder pro Tag aktiv! Äh, ein... ...Trop pro Tag! Du kannst heute... ...zwischen... ...6 Uhr und... ...morgen früh 6 Uhr... ...einen Drop verdienen! Egal wie viele Streams! Egal wie viel... ...Kram! ...und dann... ...morgen wieder... ...von 6 Uhr... ...bis Montag früh um 6 Uhr... ...kannst du einen weiteren nochmal verdienen! Und... ...Mori Moor! Einen wunderschönen guten Moor! ...Gedanke für den Follow! Als Konsolenspieler kannst du eh nichts anderes tun... ...das abwarten, mal schauen... ...wenn er umgesetzt wird! Ja, das kommt auch nochmal dazu! Äh... ...in welchen Rang braucht man für die Passive? Ich glaub da reicht schon Rang... ...also... ...ich glaub da reicht schon... ...äh... ...zwei? Also du musst wahrscheinlich... ...also... ...ich glaube du musst nur die Einführungsquests machen... ...dann hast du die Passive freigeschaltet! Richtig! Frau Kilana, wenn du den nicht skillst... ...ist dein Pferd normal schnell... ...du kannst es halt durch hastiges Manöver nicht beschleunigen! Und auch jemand anders, der hastiges Manöver castet... ...wird es nicht beschleunigen können! Das ist halt... ...und deswegen sind sie alle wie auf... ...auf... ...auf Crack unterwegs! Rikki Live... ...einen wunderschönen guten Morgen! Dachte es gäbe Pro-Streamer... ...nein, das kann das System leider nicht! Außer sie würden extra Kampagnen Pro-Streamer buchen... ...das wäre aber zu vieles Guten! Donde Keen einen wunderschönen guten Morgen! Warum will er, dass ich da nochmal reingehen? Ne! 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 Mé! Reem... Pläneem! Meleem! Am, vielen, vielen Dank für den Fokus! Willkommen im Stream! MacLive Hallihallo Ich hatte etwas Hilfe, was? Ein verzweifelter Geist hat mir verraten Wo ich sie finden kann Nein Fehlt sonst noch jemand Mein Vater, Tiden Arthalen Seit der Katastrophe hat ihn niemand mehr gesehen War er am Tempel Ich habe ihn nicht gesehen Vielleicht ist er ins Rathaus gegangen Es ist meistens abgeschlossen Hier, nehmt diesen Schlüssel Bitte Er könnte sich dort verstecken Er könnte verletzt sein Ich gehe los und sehe nach, wo er ist Hallo Kelschak Und neue Slacks Vielen, vielen Dank für den Follow Willkommen Halt, warte mal War der drin oder war der draußen? Könnte drin sein Gab es noch mal Infos? Nee, bisher noch nicht Gestern in ESO Live Wurde auch im Stream oft Also ich habe es ab und zu mal im Chat gelesen Ich habe aber nicht mitbekommen, dass sie drauf eingegangen wären Wir werden mal abwarten Vielleicht Ich hätte gesagt zum Tribunalfestival passt es irgendwie Aber es steht ja nicht in der Kronenshop-Vorschau drin Weiß wir nicht Vielleicht kann ich Ich habe am Dienstag Ist zumindest ein Q&A zum CP-System Vielleicht kann ich das Thema mal angehen Oder ich könnte es mal im Streamteam Discord schreiben Vielleicht kann China mir was dazu sagen Aber mehr Also ich weiß auch nur Keine 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 Aussage Kommt bald Mal gucken Ich bitte um Unterstützung An den ehrenwerten Thüdin Atalan Zuallererst möchte ich euch für euren Dienst im Rat danken Der über meinen Sohn urteilte Ich werde euch niemals eure andauernde Unterstützung von Mehrern vergessen Und euren Einsatz dafür, dass die Todesstrafe zu hart Für die Verbrechen, die ihm angelastet wurden Zu hart ist für die... Achso Ein großer Augenblick naht Sarah Atalan Das Tribunal hat seine Autorität missbraucht Ein Malexia hat sich selbst zu unserer Diktatorin ernannt Das merkt doch jeder Der ein reines Herz und einen wachen Geist hat Ihre Verbrechen dürfen nicht weitergehen Wenn der Augenblick da ist Kann ich hoffentlich auf eure Unterstützung zählen Eure Unterstützung und die eurer Priesterschaft und Gemeinde Salfora In Trauer Mag. Fox Hat nicht Konnte sie nicht überzeugen Und Mein Albtraum Einen wunderschönen Samstagmittag Ich bin froh, dass ihr Sela gefunden habt Und gegen diese Kannibalen vorgegangen seid Die ihren Mann getötet haben Hallo Reisende Ich bin Salforas Heilerin Nicht, dass das derzeit viel zu heißen hätte Diese Katastrophe hat mir den Großteil meiner Vorräte geraubt Mir bleiben nur ein paar blutige Lumpen und beruhigende Worte Was benötigt ihr? Fast alles Kräuter, Umschläge und Bandagen Wir waren auf so etwas nicht vorbereitet Wo bekomme ich diese Dinge? In ganz Salfora sind Vorräte dieser Art verstreut Keine Sorge, ich werde die Vorräte finden Wow Eine sehr tiefe Auskunft auf jeden Fall Wo kann ich sie finden? Ja überall Na gut, dann weiß ich jetzt Bescheid Die kommenden Änderungen machen mir immer Sorgen Klingt so Ich möchte darüber noch nicht so viel sagen Weil zu den Begleitern ist noch nicht so viel bekannt Die kommen auch erst im Sommer im Kapitel Allerdings ja, ich sehe das ähnlich Also Rich hat ja gesagt Sie wollen, die Begleiter sind ein bisschen dafür da Um die Leute ans Gruppenspiel zu bringen Ich habe halt auch eher die Befürchtung Dass es eher vom Gruppenspiel wegführt Weil man halt dann keine Gruppe mehr braucht Wenn man Begleiter hat Ähm, aber wie gesagt Man weiß noch zu wenig Äh, vielleicht werden sie auch einfach gar nicht So stark sein, dass es benutzbar wird Äh, geschweige denn Irgendwelche Leute aus Verließen Oder Trials Äh, rausholen Ähm Ja, muss man einfach gucken Ricky, hallo Im französischen Stream Ähm, ja das ist so eine Aussage von den Entwicklern Und das ist jetzt nicht böse gemeint Den Entwicklern gegenüber Ähm Wirklich einschätzen Wie sehr sie Sachen programmieren Wie stark und wie schwach zu werden Können sie nicht immer unbedingt Können vielleicht sagen Das ist Vorhaben Aber wir haben auch schon Skills erlebt Die nicht so stark sein sollen Und die einfach alles weggebürstet haben Oder komplett unbrauchbar wurden Weil sie ein bisschen schwächer werden sollen Ähm Das wird halt die große Frage sein Wie sie da das Spagat schaffen Ähm Aber wie gesagt Das ist eine Sache für den Sommer Ich werde hoffentlich im März April rum dazu kommen Das auf dem Presseserver Beziehungsweise im Vorab Ding Schon mir angucken zu können Das wird eh das große Thema sein Das heißt Auch meine Hauptaugenmerk Auch von den Videos Werden sie stand da drauf Beruhen Wenn es dies Jahr funktioniert Mal gucken Naja Das ist halt auch so eine Geschichte Sie bringen ja die Infos im Umlauf Dann ist ja auch klar Dass die Leute drüber sprechen Ähm Das kann man halt auch den Leuten Dann nicht vorhalten Ähm Weil Zos bringt diese Info ja Und Zos bringt ja auch Die wenigen Infos Und lässt dadurch Spekulationen offen Und lässt dadurch auch Bewusst Spekulationen freien Lauf Also Ist es so eine Geschichte Erreicht ja das was Zos will Nämlich dass drüber spekuliert wird Und drüber geredet wird Ähm Ja Wie gesagt Und es ist ja auch verständlich Warum die Leute da drüber reden Aber Ich muss halt mehr drüber reden Weil ich halt für Kann nur meine Meine Ängste äußern Oder meine Freude Und kann halt hoffen Dass wir dann halt Im Sommer mehr erfahren Äh SDTLC Tatsächlich Also ich finde Im Moment ist Im PvE Stamina könnten Ein bisschen stärker werden Aber die Klassen Innerhalb Der einzelnen Dinge Ist Ähm Eigentlich ganz Tutti Hongkong Fui Hongkong Fui Das war ein Film oder Ja Meine Frage Ich habe heute als Drop Eine Kiste bekommen Gibt es nur einen Drop pro Tag Ja Korrekt Heute gibt es nur einen Drop pro Tag Du kannst das dir angucken Auf Auf Dieser Seite Da hast du ganz unten Einen Kalender Das irritiert ein bisschen 13.02. bis 14.02. Gibt es einen Drop Wenn jetzt alle 30 Minuten Würde das dastehen Ähm Nur pro Kampagne Heute ein Drop Morgen Ab 6 Uhr Gibt es den nächsten Drop Äh Ja Bei SV Tor Aber sie haben Eigentlich schon gesagt Zumindest Gab es ein Interview Wo es hieß Äh Dass nur PvP Ausgeschlossen ist Aber Wie gesagt Abwarten Muss man halt mal gucken Ich kann mir auch nicht vorstellen Dass ein arterisches Archiv Zu 24 Sinn macht Denke eher Dass dann Leute rausfliegen Wenn man einen NPC mitnimmt Dass dann einfach Ein normaler Spieler Nicht mehr mit kann Aber wie gesagt Sehen wir dann Zeichendrickserie Ah ja Der Haus Ah ja 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 Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ja ich werde nicht viel trinken Also ich werde Ich trinke ja eh selten Alkohol Ähm Ich muss ja Samstag Äh Dienstag dann wieder arbeiten Die Ehrenfrau Einen wunderschönen Mahlzeit Ja Das waren tatsächlich noch Zeiten So Ich habe den Chat aufgeholt Kann weiter Heilmittel sammeln gehen Was habe ich jetzt hier noch Rathaus Amalena 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 Hier wird nicht gebettelt In meiner Stadt What the fuck What the fuck Amalena Könntest du Astro bitte Für die nächsten 800 Tage Time outen Weil er was falsches Gegen wie damals gesagt hat Das ist eigentlich Ein Permabann Grund Konntet ihr ein paar Vorräte finden Hier ist Was ich finden konnte Den Dreien sei Dank Und euch mein Freund Jetzt kann ich endlich etwas tun Um diesen Verwundeten zu helfen Wahlweise kannst du ihm am Montag auch einfach timeouten Wenn gerade die Molag-Bahl-Statue verlost wird Nach Meinungsfreiheit zu schreien Ist direkt nochmal 200 Tage mehr Bann Diskriminierung nochmal 150 Tage mehr Du machst es gerade nicht besser Ach Gott Ach bitte �' Ich kann bin Ich kann Ich kann Ey Ich kann Woll Ich kann es was soll ich hier machen sucht ich suche ihn ja schon wo ist er denn hier nicht gleich versteckt er sich im keller vox letzte antwort sera atalyn mein lieber tedin ich bin zutiefst betrübt über eure antwort auf mein letztes schreiben ihr müsst wissen dass ein heftiger sturm aufzieht tedin eure kostbarbares salfora wird ihm nicht entkommen manchmal muss man eine seite wählen es ist unvermeidbar ich gebe euch den rat euch nicht gegen mich zu stellen wenn es soweit ist ich werde sein vorrats demnächst besuchen wir müssen diese sache persönlich besprechen briefe schreiben ist manchmal so unpersönlich und oft geht dadurch die wahre bedeutung der worte verloren möchte sicher gehen dass wir uns verstehen ihr solltet euch auf meinen baldigen besuch einstellen magistra fox ok okas cash du hast gewonnen bitte melden tiden ist tot fürchte ich ich bin alles was von seinem allzu kurzen leben übrig blieb ist ihr seid tiden atalan das bin ich das war ich wie sagt man das wohl richtig wenn man tot ist tut mir leid geist eine sorge ihr habt meine familie gerettet und ihr könnt noch mehr tun ihr könnt selfora retten wie mit der karaffe sie vermag noch viel mehr als nur magische feuer zu löschen sie ist ein gefäß für spirituelle energie wie wird mir das helfen selfora zu retten ach es gibt so viel zu erklären ihr müsst folgendes begreifen das echo von vox gegen das ihr zuvor gekämpft habt ist nicht fort es ist mein folterknecht und kerkermeister ich bin an es gekettet doch zugleich ist es auch an mich gekettet wie hilft uns das geht zum krater in der mitte der siedlung wenn ihr dort ankommt beschwöre ich vox echo besiegt dieses echo erneut aber zwingt es diesmal in die karaffe hinein kriegen wir hin milinchen einen wunderschönen samstagmittag so kaskisch als du mich hier hörst bitte melde dich im chat ansonsten wird dein gewinn verfallen und wir werden einen neuen gewinner ziehen was bis 12 40 zeit ihr begann unser ende was ist hier geschehen ich habe euch magister box ankunft hier gezeigt und wie sie verlangte dass wir uns ihr anschließen verrat das hätten wir niemals tun können als wir sie zurückwiesen entschied sie sich ein exempel an uns zu statuieren sie setzte das urteil des heiligen velots ein um ein loch in selphora zu reißen und dann und dann können wir das rückgängig machen rückgängig machen rückgängig machen rückgängig machen rückgängig machen das wurde bezwungen und sowohl die feuer als auch die geister sind vergangen was wird jetzt geschehen nun da vox echo fort ist bin ich frei möget ihr frieden finden tedin atalan sagt meiner familie dass ich sie liebe sagt ihr dass sie ihr leben weiterleben soll alles klar astro viel spaß und akos cash melde dich bitte bei frau kilana bitte bei frau kilana dein pceu account namen angeben dann kann ich dir die ingame sachen dann schicken gräfin hansola einen wunderschönen guten tag warum du auf einmal einen schwarzen chat hintergrund hast hast du zufällig auf das was man macht nämlich das dunkle design umgestellt hast du ihn vielleicht ausgekoppelt oder so wir hörten draußen aufruhr oh du bist jetzt frei habe ich gehört habt ihr meinen vater gefunden oh das ist dein vater sorry seilfora ist jetzt sicher aber ich habe ein paar schlechte neuigkeiten oh nein ist deswegen vater er ist tot nicht wahr nein sag mir dass es ihm gut geht bitte er wollte sich magister fox nicht ergeben sein geist half mir salte seilfora zu retten er hat seine prinzipien nie aufgegeben mein vater war ein sturer aber auch ein guter mann er wollte euch wissen lassen dass er euch liebt oh vater er war der beste mann den ich jemals kannte das werden wir nur ohne ihn machen euer vater wollte dass ihr euer leben weiterlebt unser leben weiterleben oh vater wir werden es versuchen aber wir werden dich so sehr vermissen wenigstens wissen wir was geschehen ist danke dass ihr uns aus diesem grauen befreit habt aber gerne 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 da hinten ist noch ein ein dingens ich glaube ich halte hier hin porte laufe oder den könnte ich machen wenn ich hier oben bin dann kann ich runter gehen das geht auch mach mal so hier gibt es keine hilfe ich bete dass noch nicht alles verloren ist was stimmt nicht es gibt ärger am schreien des heiligen velod ich kam hierher um hilfe zu suchen doch es scheint ganz so als hätte selphora seine ganz eigenen probleme was ist am schreien geschehen es ging alles so schnell magistra vox hat den heiligen velod selbst heraufgeschworen und dann eine welle der vernichtung entfesselt der geist des heiligen scheint dahin zu schwinden ich bin den ganzen weg hierher gelaufen um hilfe zu finden könnt ihr uns helfen ich werde zum schreien gehen ich habe nicht gesagt dass ich helfe nur dass ich hingehe ich bin ich gerade hier auf der karte da gehen wir in die dunkelschattenkaverre ich möchte hierher ich möchte hierher ich möchte hierher was dank für deinen follow willkommen die haben schon einen coolen eingang die dunkelschattenkavernen kann man kann man eigentlich nicht mehr gern zieht auf jeden fall die mücken an aber es ist irgendwie so dass das dann immer so eine rolle spielt ich glaube mir nur das buch hier soll noch ein buch liegen fs 21 hallo du hast ein abo geschenkt bekommen ah ok 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 das ok das macht mehr sinn ja der eine oder andere wird feststellen dass es im nächsten patch sehr sehr viele cps gibt die furchtbar cool klingen aber halt auch dran denken ihr könnt auch immer nur gewisse sachen slotten das heißt es wird auch oft passieren dass ihr einfach nicht alles gleichzeitig benutzen könnt und dann eh naja es gibt einmal rumschieben aber man kann ja dann auch wahrscheinlich dann zwar gegen gold auch immer wieder tauschen man kann dann für handwerks wird spezielle sachen reinnehmen oder wenn man auf die liebeskultur geht die sich dann auch wirklich lohnen werden weiß man schon wann das update kommt ja am 8 am pc 8.3 für pc außer jetzt passiert noch irgendwas krasses im letzten patch aber ich glaube nicht montag kommt der letzte pts patch dann ist zwei wochen stadia freigabe und oder wäre eine himmelsscherbe gewesen grüß tatian hallo schönen samstagmittag notiz an selias selias wir haben es geschafft der alte mann ist tot und ich habe es trefft mich am netzbaum und ich werde euch zahlen was ich euch schulde sorgt dafür dass man euch nicht folgt ich habe gehört der wühner hat herumgeschlüffelt leuchtet der deshalb so krass nee nee fake nein ich möchte nicht gehen ich bin von verdammt aber die dinger geben kriegergilden punkte ne von den seiten haben gar kein großes monster langweilig langweilig ja es kann nicht jeder glaube ich sonst würde es aber zu wild hier auch im chat sein ja ich meine es zwar dann auch nicht böse aber ich mag so viel und ruhe nicht nur meine alerts die mag ich ich glaube da hinten ist gerade ein den nehme ich mit den nehme ich mit ja er hat sich zumindest hier im chat gemeldet ob er so eine daten abgegeben hat weiß ich nicht aber ich denke es schon sonst hätte sich Frau Kieran das definitiv schon bemerkbar gemacht genau ich bewundere eure beharrlichkeit das ist alles so wildsinn ist die zu schließen wo muss ich noch hin wie sie was haben wir heute noch vor und er sucht den dolmen habe ich doch gerade untersucht was möchtest du mir jetzt sagen hier gab es bei einer quest Muttertränenblitzstäbe und die haben sich manche Leute immer gesnackt und haben den ganz teuer verkauft an die Leute die nicht wussten dass es einen kostenlosen Muttertränenblitzstab gibt mal den servus einmal einmal darüber und dann springe ich mal kurz in die Küche und hol mir Essen so bin gleich wieder da bin gleich wieder da warum sehe ich eigentlich in der Übersicht nicht wer so alles live ist das weiß ich nicht das weiß ich nicht das weiß ich nicht das weiß ich nicht nicht Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was will Kosa lohnt? Also allgemein, das Set ist nicht mehr so stark, wie es mal war. Ach, das Monster ist wie cool. Ah, okay. Jetzt habe ich es erraten. Also es ist nicht mehr so stark, wie es am Anfang war. Da gibt es... Was haben wir denn hier noch so? Steht hier irgendwie ein... ...Quest-Mensch rum? Ihr seid der Held, der Sadal bei der gepeinigten Spitze besiegt hat. Ja, das bin ich. Ihr habt meinen Respekt. Dankeschön. Hier gibt es keine Gastfreundschaft, Fremder. What the fuck? Wer hat euch angegriffen? Ihm warst du noch nett. Wer hat euch angegriffen? Kajit-Piraten. Kajit-Piraten. Sie haben unser Dorf überfallen. Versklavten uns und raubten unsere Vorräte. Ich habe die Überlebenden hier versammelt. Aber ich werde nicht ohne Leilvatar gehen. Verfluchte Katzen. Und wo waren die Dunkelelfen? Ihre Flotte soll doch die Küste bewachen. Wer ist Leilvatar? Meine Gefährtin und unser geistiges Oberhaupt. Sie war im Dorf, als die Piraten angriffen. Ich bin nur ein alter Salzreisbauer, Außenseiter. Ich flehe euch an. Findet sie und bringt sie zu mir zurück. Ich werde Leilvatar finden. Leilvatar ist zwar eine geübte Magierin, aber eben doch nur eine einzelne Saxel. Bitte findet sie und bringt sie heil zurück. Ihr sagtet, Leil... Ich bin jetzt schon so mit ihm. Ihr sagtet, Leil wäre euer geistiges Oberhaupt. Was meint ihr damit? Sie leitet uns dazu an, ein einfaches und friedliches Leben zu führen. Sie ist die Sonne und der Regen, die unsere kleine Gruppe nähert. Wir kamen hierher, um ihren Lehren zu folgen, um der gewalttätigen Welt zu entfliehen und ein bescheidenes Leben zu führen. Was ist genau ein Saxel? Wir sind die Saxel. So nennen wir uns in unserer eigenen Jelsprache. Nur die Glatthäute nennen uns Argonia. Wir haben hier friedlich gelebt und uns um unsere Felder gekümmert, bis die Piraten uns überfielen. Also werdet ihr nicht gegen die Piraten kämpfen? Wir versuchen, dem reinen Strom zu folgen. Doch dieser Weg ist nicht immer einfach. Unser Instinkt sagt uns, wir sollen die Faust ballen und zuschlagen. Vor allem jetzt, da der Feind vor uns steht. Aber wir sind keine Krieger. Wir haben weder Waffen noch Rüstung. Und wir haben Angst. Oh, wir haben Angst. Äh, ja, Little Ape. Richtig. Also es ist kein Set, wo ich sage, es ist kompletter Schmarrn. Es ist immer noch okay. Aber es ist halt meistens so, es ist halt immer einen Ticken besseren Setz noch aktuell. Und man weiß ja nicht, was sich noch so ändern wird. Und das mal hat, hat man. Ich sammle auch immer alle Monster. Es ist jetzt bei einem Patch. Ein kleiner Buff. Einmal ein bisschen Abklingzeiten angepasst. Und schon. Ihr seid schuld an allem. Ihr und euer Törichter Gefährte. Hallo? Ihr werdet alle für eure Respektlosigkeit büßen. Ich werde mich rächen. Warum, Ei-Bruder? Warum warst du nicht damit zufrieden, mit uns an diesem warmen, fruchtbaren Ort zu bleiben? Mit wem habt ihr da gesprochen? Oh, mein Kopf. Ich dachte, ihr werdet mein Ei-Bruder sucht die Nacht. Er hat sie zu uns geführt. Er hasste es, dass mein Gefährte der Dorf Älteste war. Er gab den Invasoren sogar unsere heiligen Reliquien. Ein solcher Verrat aus unserem eigenen Gelege. Vielleicht kann ich helfen. Ihr seid kein Saxeel. Warum solltet ihr uns helfen? Trotzdem werde ich ein solches Angebot nicht ablehnen. Die Kajid stahlen unsere heiligen Steine. Und ihre Zauberin nahm unseren Hiszweig. Wir brachten ihn den ganzen Weg aus Schwarzmarsch mit, als wir hier siedelten. Ich werde eure verlorenen Reliquien finden. Vereilt euch. Die Kajid scheren sich nicht um das, was sie gestohlen haben. Sie könnten die Reliquien beschädigen. Könnt ihr sie zurückholen, ehe das geschieht? Falls ihr das schafft, dann trefft mich am großen Felsen im Norden des Dorfes. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Ich werde beantworten, was ich kann. Aber fragt schnell. Sucht die Nacht ist euer Bruder? Ja. So sehr es mich auch schmerzt, es zugeben zu müssen. Mein Eisack von einem Bruder glaubte immer, er würde der nächste Dorfälteste werden. Aber stattdessen wurde Varazen auserwählt. Sucht die Nacht hat Varazen schon immer gehasst. Aber uns zur Sklaverei zu verdammen? Ich spucke auf meinen eigenen Ei, Bruder. Vor Finde steht Zauberin, die er erwähnt hat. Sie haben am Ufer ein Zelt für sie aufgeschlagen. Ich bin mir sicher, dass ihr sie dort finden werdet. Wie sie sich an den Schätzen erfreut, die sie aus unserem Dorf gestohlen hat. Und sucht die Nacht, gab ihr den Hiszweig als Geschenk. Das ist die größte frevlerische Respektlosigkeit, die ein Sachs-Lehl begehen kann. Okay. The Northman, vielen, vielen Dank für den Follow. Willkommen im Stream. Und Kanzler, Servus. Mahlzeit. Sin Raiden. Hallihano. Aybok. Hallo. Marayade. Hi. Schön, dich zu sehen. Denk dran. Drops sind an. Community-Herausforderung ist an. Und. Kein, kein Giveaway sagen. Ansonsten darf ich nochmal auf folgendes Programm hinweisen. Morgen früh werde ich wieder so um 8.30 Uhr den Stream anmachen. Es wird neue Drops geben. Ähm. Dann mal schauen, wie lang ich streame. Nicht ewig, weil ich noch Kuchen backen muss. Vielleicht aber auch länger als sonst um 12. Gucken, was Martin macht. Ähm. Ähm. Sonst, ähm. Gibt es am Montag meinen Geburtstag Stream. Kommt ihr hier immer wieder durchgerattert. Ich hab vorhin schon gezeigt, was man alles gewinnen kann. Es wird eine Modak-Bahl-Statue und ein großes Highlight geben. Die in der Collectors Edition drin ist. Also physischen. Verschickt von Bethesda. Äh. Kai hat sich da mit einer kleinen Spende beteiligt. Ähm. Ja. Was muss ich jetzt eigentlich hier noch machen? Holt heilige Steine zurück. Kriege ich von euch heilige Steine? Hehehe. war das so geheim seine falle hier platziert ich hätte es was du überhaupt nicht mit und jolly halli hallo alle von son oder oli ja doch alle von und dein vater war so liebe 1 und du bist du lieben 1 habt ihr unsere steine gefunden und den zweig ich habe die reliquien zurückgeholt ich bin froh dass ich euch vertraut habe den hiss zweig zu verlieren das wäre eine zu große tragödie für mich gewesen sucht die nacht hat schon mehr als genug leid verursacht wie konnte er uns nur an diese piraten und sklavenhändler verraten ist dein herz wirklich so voller hass die kajit haben die gefangenen dorfbewohner in ketten gelegt um sie an der flucht zu hindern findet den schlüssel zu ihren ketten und lasst sie frei es hört sich so einfach an wenn ich das sage aber ich bin sicher in diesem fluss lauern scharfe felsen das übersteigt meine fähigkeiten ich werde den schlüssel finden noch etwas nur ein kleiner rat beginnt mit diesem großen zelt dort würde ich meinen schlüssel verstecken wenn ich ein kajit wäre wenn ihr nicht getötet und den krabben zum fraß vorgeworfen werdet treffen wir uns am meditations hügel sobald ihr fertig seid ich werde eure leute befreien haltet ausschau nach sucht die nacht er ist wie ein übler nebel der durch die schmalsten ritzen dringt was ist für die dorfbewohner was wird es für die dorfbewohner sicher sein nach stilmord zu gris zu kehren sobald sie frei sind werden sie sich im sumpf verstecken gris musst du nicht die kajit mit der plünderung unseres dorfes fertig sind sie sind faule kreaturen und leicht abzulenken sie werden sich bald langweilen und weiterziehen lange bevor sie uns wieder einfangen können was ist mit euren besitztümern wollt ihr sie nicht zurück nur die heiligen steine und der hiss zweig sind wichtig alles andere was sie genommen haben sind nur einfache dinge unwichtig und leicht zu ersetzen aber die dorfbewohner die kann man nicht ersetzen bitte rettet sie also wenn du bis jetzt noch nicht im cp-bereich bist ist das nächste update eigentlich eher eine freude für dich weil du viel viel schneller cp sammeln wirst als im jetzigen system und das vertrauen darauf dass wir ewig bei 810 cps bleiben was viele komischerweise hatten wobei es total unsinnig ist den hätte es eh nicht gegeben und jetzt mit dem neuen system erreichst du 1200 cp genauso schnell wie jetzt aktuell 810 cp das ist die gleiche menge an xp die du dafür brauchst das heißt du kriegst locker 400 cp mehr als du vorher bekommen hättest daher gibt es eigentlich keinen grund ähm traurig zu sein weil am cap bist du bei keinem der neuen systeme ja das schon nur kann ich jetzt gefühlt nichts mit ihnen anfangen ja natürlich du kannst du doch jetzt verteilen also du kannst doch jetzt die werden ja nachher nicht auf null gesetzt was du jetzt an xp sammelst hast du gesammelt also wenn du jetzt 10 cp hast hast du ja im nächsten neuen system auch cp 10 cp du wirst ja jetzt nicht in vier wochen auf 800 irgendwas cp setzen aber für das endgame ist das neue system total kacke nein absolut nicht es ist vielleicht für das endgame kacke für die ersten wochen aber ihr dürft nicht von zwei tagen ausgehen sondern ihr müsst ein cp system sehen und so wurde das cp system auch immer eingeführt das ist eine langfristige geschichte es ist nichts anderes wie damals dass bei jedem dlc 30 cp dazugekommen sind natürlich dauert es bis einige am dd limit sind für die cp aber ja ich finde es uncool wenn wir jetzt ins neue cp system gehen und alle hätten direkt mal 3600 punkte und man hätte halt schon wieder nichts zu tun von daher und im endgame bereich ändert sich auch nicht so viel weil die meisten die wirklich wo es um time runs und keine ahnung was geht sind weit über 1600 cp und wenn du jetzt 800 cp hast wirst du danach auch noch Wettdungeons, Wettverliese, Hardmodes und keine ahnung was laufen können musst dich dann halt ein bisschen dran orientieren dass du vielleicht auch mal ein bisschen mehr grindest wieder und nicht nur sagst das ist jetzt nicht böse gemeint oder so bitte nicht falsch verstehen ähm so ah ja ich hab ja eh nichts mehr zu tun ja genau das ist ja nett jetzt hast du endlich mal wieder was zu tun jetzt hast du mal wieder einen Grund warum du eine Random Daily am Tag läufst warum du Unerschrockene machen musst ähm und sich alles mal wieder lohnt für einen du kannst ein Random BG am Tag machen kriegst du auch äh 100.000 xp ja was ist eigentlich das Limit aktuell sieht es nach 1800 aus Kanzler außer es kommt noch eine Änderung wird dir jetzt die XP hochskaliert also jetzt was? nein also wer jetzt ist dann nein wenn du jetzt 800 cp 800 cp hast hast du nach dem Patch auch 800 cp du brauchst dann nur weniger XP für die nächste cp Stufe äh ist das dann nein und ihr dürft auch nicht auf den Gedanken kommen dass ihr dann irgendwas weggenommen bekommt weil ja dann die nachfolgenden Spieler die neueren Spiele dann viel viel einfacher und weniger XP brauchen um auf euer Level jetzt zu kommen ja um auf euer Level jetzt zu kommen aber nach 5 Wochen seid ihr wieder drüber es hat oh es war scharf es heißt spielt ihr beide immer gleich wenn sie euch trotzdem nie einholen und es geht da auch nicht um euch was wegzunehmen sondern eine Levelkurve ist immer dafür da dass ihr in einem MMO irgendwann noch mehrere Mitspieler habt die aufholen können müssen das ist nicht eure Angelegenheit äh wieso äh es gibt kein Cap es gibt kein Cap arrogante Trockenhaut hab vielleicht was falsch gesagt es gibt die Angelegenheiten der Sachselein es gibt kein Cap ihr müsst sucht die Nacht sein und ihr seid ein Außenseiter der sich in Dinge einmischt von denen er nichts versteht verlasst diesen Ort bevor ihr etwas tut das ihr noch bereuen werdet du kannst im nächsten Patch 3600 Punkte verteilen wenn du die hast das ist ja jetzt auch schon das Cap die 3600 Punkte also also eins der zwei die es gibt genau wenn ihr euch zu schwach fühlt weil ihr zu wenig CPS habt geht nach Himmelsgriff geht nicht an die richtigen Crime Spots Himmelsgriff immer wenn euch jemand fragt hey wo hast du denn deine ganzen CP hin naja sagt ich war in Himmelsgriff und gibt es etwas was man als neuer Spieler nicht mehr machen sollte vor dem Patch als neuer Spieler du kannst alles machen du kriegst nichts weggenommen es gibt ein zwei Sachen die sich lohnen erst nach dem Patch zu machen Handwerksgutachten einsammeln goldenen Schmuck verwerten und solche Geschichten alles andere kannst du ohne schlechtes Gewissen auf jeden Fall machen und selbst das kannst du ohne schlechtes Gewissen machen gerade wenn du neu bist und eh da jetzt nicht nein 1600 nein 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 1600 du hast vielleicht was falsch verstanden für einen ausgewachsenen DD wenn du alle Damage relevanten und auch defensiv relevanten Punkte skillen willst im neuen CP System brauchst du ca. 1800 CP um diese skillen zu können das fängt aber schon bei 1200 an dass du damit alle offensiven Sachen skillen kannst dann 1500 wenn du auch defensive Sachen mitgeskillt haben willst voll geskillt haben willst möchte ich mir dazu sagen weil die Leute jetzt sagen ja aber 810 habe ich doch auch ja ihr habt auch die Punkte nicht voll geskillt sondern ihr habt ja auch nur 74 Punkte in Elfenblut drin oder Elementarexperte weil ihr sie nicht vollskillt im nächsten System habt ihr sie dann voll geskillt also was ich schon verstehe wenn man argumentiert hätte das ja diese hätte man nehmen können nein lucky weil wie gesagt dann wäre ich vermutlich bei 3600 CP gewesen dann hätten wir wieder die Eier kraulen können und darum geht es sonst geht ja da durch es geht ja auch darum dass die Spieler was zu tun haben es geht ja auch darum den Leuten eine Karotte vor die Nase halten zu können so war es damals als das CP System eingeführt wurde wo sie ja auch da haben sie ja zum Beispiel am Anfang gesagt macht ruhig weiter alle XP wird angerechnet und dann haben sie gesagt ja alle fangen bei 0 an dann ist natürlich richtig Radau gemacht worden von den Spielen und dann hat man sich geeinigt naja okay es gibt 70 Punkte zum Start was immer noch viel viel weniger war als die meisten Spiele damals hätten bekommen können so hallo Martin und user land bin ich froh euch zu sehen ihr verärgert mich andauernd ihr seid so lästig wie eine Sumpfliege warum sollte man etwas flicken wollen was schon nicht mehr zu retten ist was ist mit dir zeigt euch und wir können dem am Ende setzen ihr habt zu viel Zeit mit grießgrämigen Dunkelelfen und dummen Nord verbracht ich falle nicht auf euren Spott herein ich habe diesen Ort schon lange verlassen ihr sprecht nur noch mit einem Echo und ihr könnt mir ebenso wenig schaden wie ihr eurem eigenen Schatten ein Leid zufügen könnt ich werde einen Weg finden euch aufzuhalten und ich werde nur allzu gern dabei zusehen wie ihr verzweifelt umherirrt und scheitert geht zurück zu meiner Schwester und erzählt ihr vom Versagen ihres dünnschuppigen Gefährten wahrer Sehen war niemals würdig das Dorf zu führen ich kann gerade mal gucken ich kann mich nicht aufhalten und er war auch meiner Schwester niemals würdig ich kann mal gerade gucken Allcast hat ja eine Tabelle veröffentlicht und im neuen System braucht man 2,2 Millionen also ab 3000 CP sind es 1,8 Millionen XP pro Punkt ich glaube jetzt mit 1500 bist du auch grob bei 1,5 Millionen man müsste jetzt gucken ich kenne allerdings nicht mehr kennt einer zufällig noch den Gesamt-XP-Befehl für den Chat also ich werde nicht auf 3600 oder sowas kommen aber es schwirrt so eine Tabelle durch das Internet ich mache jetzt hier erstmal fertig sorry wir werden sehen wo es um eine angebliche Umrechnung geht und da wäre ich auf jeden Fall knapp an den 3000 dran aber wie gesagt dadurch das wäre ja auch ein neues System eh nicht alles wirst du die 3600 so nie brauchen außer sie bauen irgendwann mal noch weiter an aber es gab auch mal ein Chat-Befehl wo du dir einbrennen lassen konntest wie viele XP du schon gesammelt hast aber den kenne ich nicht mehr ich war damals zu Zeiten wo das Champions-System kam hat das jeder gemacht um zu gucken wie viele CP er kriegt und dann hieß es 0 diese lausigen räudigen Kaschid diese opportunistischen widerlichen ewig einfältig grinsenden Kreaturen haben es nicht verdient am Leben zu sein was macht ihr hier draußen ich beobachte die Piraten und lasse die Wut in mir anschwellen wie das Meer bei Flut die Kaschid müssen für ihren Angriff auf unser Dorf bezahlen doch meine Tapferkeit ist nicht so groß wie meine Wut ich verlange Rache was soll ich für euch tun verbrennt ihre Boote und tötet die Bastarde vor allem ihren elenden Kapitän ich will dass Kapitän Sadir stirbt er schläft dort oben in der Takelage seines Schiffs während wir hier unten leiden läutet die Schiffsglocke um den Katzensohn aufzuwecken hier benutzt diese Fackel um die Boote zu verbrennen ich tu was ihr wünscht ihr habt also die Argonie von Stillmore getroffen friedlich ruhig und dulzhaft reingeguckt nun so bin ich nicht unser Heim wurde angegriffen meine Freunde getötet natürlich bin ich wütend nur Vergeltung kann meinen Zörn lindern also fangen wir an Katzenleichen aufzuräufen mhm Katzenleichen ich mag Katzenleichen tote Katzen sind die besten Katzen zu Flanke zu Flanke so gibt es noch mehr Boote zum Verbrennen große Boote als Katzenmensch musst du da widersprechen ich hab auch nichts gegen Katzen ja das ist tatsächlich ein bisschen weird ich weiß gar nicht was passiert wenn man manchmal reagiert ja die Quest auf irgendjemanden je nachdem was für eine Rolle man hat ob hier irgendwie dann schon mal erwähnt wird hey du bist ja auch Kajit es tut mir leid an alle Katzen Freunde dieser Welt Katzen sind schon okay ich habe meine Kindheit mit einer Katze verbracht die mir sehr am Herzen lag und Katzen sind auch immer gut im Video mit einer Katzen ja okay das stimmt natürlich kannst du xp pots xp schriftrollen jetzt nicht unbedingt unbedacht verfangen aber je nachdem was für ein cp level du hast kannst du ja auch jetzt schon wenn ihr langweilig ist und die benutzen wer hat die glocke geläutet und seit ihr geweckt und mich von meinem hohen schlafplatz fallen lassen es gibt nämlich genug leute die jetzt schon hart am klein leben damit sie eben für den nächsten patch ihre 18 wodka gibt es eine quest da kann man klar möglich werden aber nur wenn man auch spielt stimmt euter fuchs genau das ist zum beispiel so ein beispiel wo die quest sich deinem seiner rasse anpasst ähnlich wie er zum beispiel auch viele viele vampire quest die dann da auch mit eine rolle spielen wird templar in zukunft eigentlich so stark bleiben wie der zeit ja dann da an templar ändert sich gar nichts glaube da ist es gilt technisch überhaupt nichts passiert dann gibt da ja auch einen guten grund im nächsten patch werden die grindspot so überfüllt sein außerdem geht in nach himmelsgriff da gibt es immer gute xp das hat er intensiviert die bleibt ja erhalten und was du jetzt besorgen kannst habt ihr die dorfbewohner gerettet von den kashid gefangen genommen wurden ja schriebe 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 genau schriebe ist natürlich auch so eine sache kann man auch aufheben da sie ja xp geben beim abgeben noch mal sie jetzt macht oder im nächsten patch spielt dann wiederum keine rolle allerdings auch da wieder sammelt xp für und du kannst auch deine schriebscheine dann direkt in die neuen sachen investieren ja und ich habe sucht die nacht getroffen und zumindest einen seinen schatten leider ist er schon geflohen er fürchtet die vergeltung für all seine taten und er fürchtet sie zurecht doch er vergisst die macht der hist ich glaube dass wir den hist benutzen können um ihn zur rückkehr zu zwingen vielleicht stahl er gerade deshalb überhaupt erst den zweig und gab ihn den kashid wie können wir ihn zurücker zwingen es heißt dass ein sachs lehl manchmal von den hist nach hause gerufen werden kann ich gebe euch den zweig hinterlasst damit einmal an der tür vom haus meines bruders wenn ihn das herbeirufen sollte dann tötet sucht die nacht tötet meinen bruder ich werde es tun ja der frischen platz bonus bleibt ganz normal zündet es an im laufschritt im laufschritt 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 himmelsgriff von dem ich die ganze zeit spreche ist hier in kargstein die katakomben war mal ein sehr sehr beliebter klein spot dadurch dass er instanziert ist und du keinen anderen leuten da betritt begegnest und das halt immer mit jemanden noch laufen kannst du setten kannst hin und her ist es sehr sehr beliebt gewesen fürs kreiden ihr seid zurückgekehrt ist er es ist erledigt sucht die nacht ist tot der verräter ist tot aber das bringt mir keine freude ich kann nur hoffen dass man stillmore nun wieder in frieden lässt ich gebe den zwei kleber tat zurück nimmt dies mein freund es ist nicht viel aber mehr können wir nicht entbehren der akonische schlammdenker den hatte ich noch nicht mal sie mal an was so rumquesten für sticker ich glaube nicht außer du hast jemanden der dich durchzieht alleine wird das vielleicht ein bisschen spannend oder interessant ja das ist manchmal die belohnung dann heißt ja ihr kriegt fette und dann kriegst du 18 gold ausgehändigt oder so unseren stoff fetzen 18 gold ausgehändigt oder so wo soll ich denn noch hier waren es überbrennen Ihr seht ein wenig blutbefleckt aus, riecht wie Kaschiet-Blut, riecht nach Sieg. What the fuck? Der Piratenkapitän ist tot. Dann versteht ihr vielleicht, wie köstlich Rache sein kann. Jede Beleidigung und jede Kränkung muss mit gleicher Münze heimgezahlt werden. Ihr ehrt uns, mein Freund. Nehmt dies und tötet jeden, der uns etwas angetan hat. Und Witka, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Dankeschön. Und direkt auch schon mal noch, auch nochmal Danke an alle, die heute zum Boost beitragen. Der läuft jetzt noch zwei Tage, die große Hoffnung ist, morgen beim Stream nochmal reinschallern. Und dann das Ding am Montag in trockene Tücher bringen, an meinem Geburtstag und vom Boost. Dann nochmal profitieren, hoffentlich eventuell. Und dann könnt ihr auch sagen, ihr habt was dazu beigetragen und ihr habt dann auch euch die Molag-Bahl-Statue verdient, die ihr gewinnen werdet. Nicht alle, nur eine, aber ihr werdet alle gewinnen der Herzer sein. Lass dir schmecken, danke fürs Einschalten. Selbstverständlich, sagt mir, was von mir erwartet wird. Ihr solltet euch sofort bei General Gafrön Redoran in der Festung von Tal Deik auf der anderen Seite des Geländes melden. Darf ich euch einen Hinweis geben? Der General ist in letzter Zeit etwas sprunghaft. Stellt ihm nicht zu viele Fragen. Sprunghaft? Wie meint ihr das? Sagen wir einfach, dass er etwas unberechenbar ist. Und er sieht hinter jeder Ecke Spione. Ihr wollt ihn nicht wütend machen, glaubt mir. Ich werde es im Kopf behalten. Der war gestern. Der war gestern. Aber ich glaube, sie haben nur die neuen Häuser auf dem PTS gezeigt. Also sie haben keine, zumindest habe ich nichts mitbekommen, Häuser vorgestellt. Ja, der war gestern. Aber wo wir schon ein bisschen bei Zost sind. Neben meinem Stream am Morgen früh und meinem Stream am Montagabend, gibt es morgenabend von Bethesda.de ein 30.000 Follower Special. Das wird ein cool kleines Ask Us Everything von Kai, Eva und Alina. Da dürft ihr viele, viele Fragen über Beruf und Bethesda und alles Mögliche stellen. Sie werden euch nicht verraten, wann Elder Scrolls 6 rauskommt. Aber gerade, weil viele ja auch interessiert sind am Job vom Community Manager. Zum Beispiel, was macht Kai wirklich den ganzen Tag? Tralala, das ist ab 19 Uhr habt ihr da die Möglichkeit, alles, was euch auf dem Herz liegt, da zu fragen und erklärt zu bekommen. Ja. Ja. Ähm, es ist so. Ähm. Userland, wenn du ESO Plus auslaufen hast, dein Handwerksbeutel ist trotzdem noch da. Allerdings kannst du nur noch rausnehmen und nichts mehr reinlegen. Aber es wird nichts verfallen oder so. Wann wird das Spiel, ja genau. Überlasst mich meinem Kummer. Ich habe dieses Amulett auf dem gewundenen Pfad gefunden. War Risa eure Tochter? Zeigt mal her. Bei den dreien. Meine arme, liebe Risa. Ich vermisse sie so sehr. Ich habe ihr Tagebuch ebenfalls gefunden. Ihre letzten Gedanken galten euch. Wir hatten einen Streit, bevor sie fortgegangen ist. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Aber endlich zu wissen, was ihr widerfahren müsst. Ihr Amulett zu bekommen. Das mildert den Schmerz ein wenig. Ich hoffe, dass dies hilft. Eure Trauer etwas zu lindern. Ich werde es immer tragen, um mich an meine wunderschöne, tapfere Risa. zu erinnern. Vielen Dank, dass ihr das Leid einer alten Frau gelindert habt. Arme Mutter. Mein Kram ist groß, dass ich dir so viel Schmerz bereitet habe. Ja, und zwei von den dreien haben Elderskortsnamen. Dann könnt ihr zum Beispiel mal fragen, warum nicht drei von drei Elderskortsnamen haben. Finde Frieden, Mutter. Und wir haben tatsächlich mal ein schönes Video gedreht über... Warum spielst du das Spiel? Warum fixst du die Probleme nicht? Dann gibt es tatsächlich von hinterher ein ganz lustiges Video. Hauptmann Doroniel. Ich sehe einfach nicht den Zweck hinter den neuen Befehlen des Generals. Die Aufstellung der Wachen nach seinen Anordnungen würde in den Abendstunden klaffende Lücken in unserer Verteidigung reißen. Wenn wir unterbesetzt wären, wäre das eine Sache. Aber wir haben mehr als ausreichend Soldaten für diese Aufgabe. Bitte teilt mir eure Gedanken hierzu mit. Ich möchte nur allzu gerne begreifen, was der General beabsichtigt. Weil die Frau sich... Ja, okay. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, was am Namen Hunding so schlimm wäre. Die Bedürfnisse einer Feste zu stillen ist etwas anderes, als einen Laden in einer Stadt zu eröffnen. Salarie Nebelkind. Vielen, vielen Dank für deinen Forderung. Willkommen im Stream. Was habt ihr anzubieten, Händlerin? Reparieren. Nein. Also es wird auf jeden Fall... Es wird auf jeden Fall, das kann ich sagen, das wurde auch schon bestätigt. Aktuell ist es ja nur abwärtskompatibel, aber es wird auch komplett Next-Gen-Voll-Support geben. Dazu haben sie aber noch nicht so viele Ankündigungen gemacht, außer das, was ich jetzt gesagt habe. Alles andere folgt. Da kann man dann davon ausgehen, dass es Richtung Kapitel neue Ankündigungen geht. Oder auch, wenn es dann rumgeht, irgendwelche großen digitalen Spielen messen, wo man dann vielleicht auch mal noch eine Ankündigung raushauen will. Aber es ist auf jeden Fall geplant. Das so. Seid kein Narrhauptmann. Und auf beiden Konsolen. Tüchtliche Langeweile ist die einzige Gefahr, der diese Soldaten ausgesetzt sind. Äh, nein, Euterfuchs. Der mag... Bei der Oroboros-Kisten-Claims-Geschichte niemanden außer Moderatoren und SAPs. Das wird sonst einfach zu viel im Chat. Steht nicht einfach nur mit offenem Mund da. Das zieht Fliegen an. Sprecht! General Gevrin Redoran? Mir wurde gesagt, dass ich mich euch vorstellen soll. Ganz gleich, wie oft ich sie auch bestrafe, halten sich manche dieser Soldaten immer noch an die Regeln und Vorschriften. Wo bleibt denn da das Vergnügen, frage ich euch. Wo ihr schon einmal hier seid. Ich glaube, wir haben eine nordische Spionin in der Feste. Enttarmt diese Spionin und ich mache euch zu einem Hauptmann. Sind die Norden nicht Teil des Pakts? Genau das macht diese Spionin ja so gefährlich. Und stellt nie wieder meine Befehle infrage. Geht und enttarnt Ragnar Sturmhang als die Spionin, die sie ist. Ich befehle es. What the fuck, wer bist du überhaupt? Gibt gleich voll das Backenfutter. In Ordnung, ich gehe der Sache nach. Warum lasse ich mir denn hier Befehle aufdrücken? Was ist denn hier? Baxter und Mauldisch. Hallihallo, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Chris Damage. Mahdzeit und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Nee, hier oben gibt es keine Quest. Ihr dort, wartet mal kurz. Ja, ist ja okay. Hallo. Barbie. Welchen neuen Wahnsinn hat der General sich wohl heute ausgedacht? Ihr glaubt, er glaubt, dass ihr eine nordische Spionin seid. Er will, dass ich euch als Spionin enttane. Ich setze zwar meinen Hals aufs Spiel, wenn ich euch das erzähle, aber ich weiß einfach nicht, was ich sonst tun sollte. Ich glaube, der General ist verrückt geworden. In einem Moment sieht er noch überall Verräter. Im nächsten sagt er Sicherheitspatrouillen ab. Man weiß nie, wozu ihn sein nächster wahnsinniger Einfall verleitet. Mir erscheint ihr ganz sicher nicht wie ein Spionin. Mir erscheint ihr ganz sicher nicht wie eine Spionin. Ich habe mein Leben dem Schutz des Generals und der Unterstützung des Pakts verschrieben. Deshalb muss ich herausfinden, was mit ihm nicht stimmt. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Der General hat mir befohlen, seinem Quartier in der unteren Ebene fern zu bleiben. Das hat er noch nie gemacht und ich will wissen, was er zu verbergen hat. Er hat eine Wache aufstellen lassen. Aber wenn ihr an ihr vorbeikommt, könnt ihr den Raum durchsuchen. Vielleicht könnt ihr herausfinden, was da vor sich geht. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Haltet nach verdächtigem Ausschau. Hier ist etwas faul. Ich gebe keine Ruhe, bis ich herausgefunden habe, was es ist. Gibt es noch etwas, mit dem ihr mir helfen könnt? Der General hat mich beschuldigt, eine Spionin zu sein. Wenn er mich hier beim Herumschnüffeln findet, wird er mich festnehmen lassen. Ich kann wohl kaum die Feste beschützen, wenn ich in einer Zelle eingeschlossen bin, oder? Ihr müsst mir etwas geben, mit dem ich etwas anfangen kann. Hm. Nun, ich weiß, dass Verteidiger Fuhren, die Wache vor der privaten Unterkunft des Generals, in letzter Zeit keinen Sold ausgezahlt bekommen hat. Vielleicht könnt ihr das ja ausnutzen. Das ist alles? Mehr war in so kurzer Zeit nicht zu machen. Entschuldigt. Ja. Später entschuldigen. Also Microsoft, da muss, ne? Noch hat Microsoft Bethesda, beziehungsweise Cinemax nicht gekauft. Wir haben nur die Absicht abgegeben, das ist, da geht noch viel, viel Gericht und irgendwelche Sachen über die Bühne. Ich hoffe nicht, dass jetzt zum Beispiel der überraschende, vielleicht überraschende Tod vom CEO von Bethesda da jetzt noch irgendwie was macht. Aber da jetzt alle anderen Spiele in Game Pass gelandet sind wie Doom, kannst du eigentlich schon fast davon ausgehen, dass das mit so passieren wird. Und Nightfox, vielen, vielen Dank für dein Follow. Satt ist immer gut, ich bin nur nicht satt. Aber, ich will nicht so viel fudern, wenn ich hier stream. Wenn ich jetzt gleich ausmache und... Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ich muss mich umschauen. Seht euch irgendwo anders um. Das ist die private Unterkunft des Generals. Hier lässt er keine Besucher zu. Ist euch etwas Seltsames am Verhalten des Generals aufgefallen? Ich versuche doch nur, ihm zu helfen. Er ist in letzter Zeit nicht er selbst, das stimmt schon. Nun gut, hier ist der Schlüssel zu den Schlössern an seinen Möbeln. Das ist eine krasse Wache, hast du schon lange hinterher. Aber denkt daran, ich behalte euch im Auge. Ich werde mich sputen. Hab meine Jedi-Kräfte eingesetzt. Befehl 12.008, Alter. Ein Strafverfahren gegen Hauptmann Warleg ist notwendig, weil er den Gehorsam verweigert und die Truppenmoral in der Festung in Tal Dijk beschädigt hat. Durch unnötiges Festhalten an törichtsten Vorschriften. Strafe für Hauptmann-Exekution. Naja, es ist schon, also ne, es ist, aber ich glaube, da sind halt einfach noch so ein bisschen viel Papierkram und sowas im Hintergrund zu erledigen, um wirklich zu sagen, jetzt ist der Kauf abgeschlossen. So hat es Kai mal zumindest zugebracht. Mein öffentliche Bekanntmachung der Beförderung, mein persönlicher Gehilfe aus Kramfeste wird zum Bediensteten ernannt und im Speisezelt eingesetzt. Er muss respektvoll behandelt werden und ihm dürfen keine Fragen gestellt werden. Ein nicht befolgendes Befehl resultiert in strengen Disziplinarmaßnahmen. General Garwin. Ja, genau, Kartellbehörden, das Wort hatte ich gesucht, danke. In diesem Nachttisch befindet sich ein makelloser Kamm, ein silberner Behälter mit wohlriechender Lotion, sowie sauber gefaltete Taschentüche. Aha. Kennen wir alle. Alles ist mit einer feinen Staubschicht überzogen. Nicht hieraus, was nichts hieraus wurde seit langer Zeit angefasst. Dieser Kleiderschrank enthält gut geschneiderte Paradenuniformen. Sie sind von dünnem Staubschicht bedeckt. Keines der Kleidungsstücke wurde in letzter Zeit getragen. Mein Gott, hier gibt es keine Hinweise. Findet den neuen Bediensteten. Buch, das Jahr 2920, Band 21. Das letzte Jahr der ersten Ära. Neuntes Herdfeuer. 2920, Prygias, Hochfels. Die sonderbaren Bäume, zu allen Seiten gemahnten an Ansammlungen knochiger Erste, die von roten, gelben und orangen Auswüchsen gekrönt waren, wie in Flammen stehende Insektenhaufen. Die Wodgarischen Berge verplassten im Nacht mit täglichem Nebel. Purala staunte über diesen Anblick, der so fremd, so anders als in Morrowind war, während ihr Pferd weiter voran über eine offene Weide trottete. Hinter ihr schlief Kasir mit dem Kopf auf der Brust und hielt Bosrien im Arm. Einen Augenblick dachte Tarula darüber nach, über den niedrigen, gestrichenen Zaun hinweg zu setzen, der quer über ein freies Feld verlief, Entsitschisch jedoch dagegen. Kasir sollte noch ein paar Stunden schlafen, ehe sie ihm die Zügel wieder überließ. Als das Pferd das Feld erreichte, sah Turala ein kleines grünes Haus auf dem nächsten Hügel, halb im Wald verborgen. Zu malerisch war dieser Anblick, da sie darüber langsam einen angenehmen Schlummer zu sinken begann. Ein geblasenes Horn holte sie mit einem Schaudern zurück in die Wirklichkeit. Kasir schlug die Augen auf. Boah, sind wir, zischte er. So schlimm, Streamlabs hat mehr geguckt wie ich. Ich weiß es nicht, stammelte Tarula aufgerissen in den Augen. Was war das für ein Laut? Orks, eine Jagdgesellschaft, rasch dort entstickigte. Tarula ritt das Pferd im Trab in ein kleines Gehölz. Kasir gab ihr das Kind und stieg ab ab. Danach zog er ihre Packtaschen vom Pferd und warf sie in die Büsche. Dann erklang ein Geräusch. Das ferne Trommeln von Schritten, das immer lauter wurde und stetig näher kam. Tarula stieg vorsichtig ab und half Kasir, das Pferd von seinen verbleibenden Last zu befreien. Bruce Cyril schaute indes mit großen Augen dabei zu. Tarula sorgte sich bisweilen, dass ihr Kind nie weinte. Nun war sie dankbar dafür. Kaum war das letzte Gepäckstück aufgeladen, da schlug Kasir dem Pferd auf die Hinterbacken und schickte so ins Galopp aufs Feld hinaus. Er nahm Tarulas Hand und duckte sich in den Büschen. Mit etwas Glück, murmelte er, denken sie, es wäre wild oder gehört zu dem Hof dort und suchen nicht nach seinem Reiter. Noch während er dies sagte, er goss sich eine Horde Orks auf Feld und stießen ihre Hörner. Tarula hatte schon früher Orks gesehen, doch noch nie so viele von ihnen und noch nie welche, die so derart vierjährige Entschlossenheit brüllen vor Freude über das Pferd und dessen Verwirrung eilten sie an dem Gehölz vorbei, in dem Kasir, Tarula und Bruce Riel versteckten. Ihr wildes Stapfen schleuderte Wildblumen auf, die die Luft mit Eier und Pollen schwängerten. Tarula versuchte, ein Isen zu unterdrücken und meinte auch, es tatsächlich geschafft zu haben. Eine der Orks hatte es jedoch etwas gehört und holte einen weiteren hinzu, um nachzusehen, woher das Geräusch gekommen war. Kasir zog langsam sein Schwert und nahm all seinen Mut zusammen. Das wenige Können, das er besaß, lag im Schleichen und nicht im Kämpfen, doch er hatte geschworen, Tarula und ihren Kleinen so lange wie möglich zu beschützen. Vielleicht könnte er diese beiden erschlagen, überlegte er, aber nicht bevor sie schreien, damit der Rest der Horde herbeieilen kann. Plötzlich fuhr etwas Unsichtbares durch die Büsche, wie ein Windstoß. Die Orks wurden zurückgefordert und landeten tot auf dem Rücken. Als Tarula sich umdrehte, sah sie ein kleines, faltiges Weib mit leuchtenden, roten Haaren aus dem nahen Busch kommen. Ich dachte schon, ihr führt sie genau zu mir, flüsterte sie mit einem Lächeln. Am besten kommt ihr mit. Die drei folgten der alten Frau durch einen tiefen Graben voller Brumbehecken, der durch das Feld zum Haus auf dem Hügel führte. An seinem anderen Ende angelangt, wandte sich die Frau um, um zu sehen, wie die Orks sich an den Resten des Pferdes labten. Eine blutgetränkte Orge ihr zum Klang mehrerer Hörner. War das euer Pferd? fragte sie. Als Kasian nickte, lachte sie laut. Das ist eine schwere Mahlzeit, oh ja. Diese Monster werden morgen Bauchschmerzen und Blähungen haben. Geschieht ihnen recht. Sollten wir nicht weitergehen, flüsterte Tarula verunsichert vom Lachen der Frau. Die werden hier nicht hochkommen. Sie grinste und schaute zu Bosriel, der zurücklöchelte. Wir haben zu viel Angst vor uns. Tarula drehte sich zu Kasian, der den Kopf schüttelte. Hixen, gehe ich richtig in der Annahme, dass hier der Hof vom alten Babeln ist, dem Zuhause des Skivanton-Zirkels. Das stimmt, mein Lieber. Die alte Frau kicherte mädchenhaft und voller Glück, derart berüchtigt zu sein. Ich bin Minister Skivanton. Was habt ihr mit diesen Orks gemacht? fragte Tarula. Da hinten im Dickicht. Eine Geisterfaust von rechts gegen den Kopf gezimmert, sagte Minister, der Vater, kletterte weiter den Hügel hinauf. Vor ihnen lag der Hof. Ein Brunnen, ein Hühnerstall, ein Teich. Frauen jedes Alters, bei der Arbeit und lachende und spielende Kinder. Die alte Frau drehte sich um und sah, dass Tarula nicht verstand. Gibt es denn keine Hexen, woher herkommt, mein Kind? Keine von denen ich wüsste, sagte sie. Es gibt allerlei Nutzer der Magie und Tamriel, erklärte sie. Die Sitchiker studieren Magie, als wäre es ihre qualvolle Pflicht. Die Kampfmagier in den Armee wiederum werfen Zaubersprüche wie Pfeile. Wir Hexen rinden uns zusammen und führen Beschwörungen durch und halten Feiern ab. Um diese Orks niederzustrecken, reicht ein leises Flüstern an die Geister der Luft. Amaru, Pina Palata und die Finger von Künarit. Und an dem Atem der Welt, mit dem ich engstens vertraut bin. Und schon waren diese Bastarde erschlagen. Ihr seht also, Beschwörungen drehen sich nicht nur um Macht. Drehen sich nicht um Macht, um das zu lösen von Rätseln oder darum, sich über muffigen alten Schriftrollen abzumühen. Man muss nur wissen, wie man gute Beziehungen pflegt. Wie man freundlich zueinander ist, könnte man sagen. Tja, wir freuen uns darüber, dass ihr freundlich zu uns seid, sagte Kasia. Und das kann ich auch, Minister hustete. Eure Art hat vor 2000 Jahren die Heimat der Orks zerstört. Davor kamen sie nie weiter hoch und störten uns. Jetzt wollen wir euch aber erst einmal baden und füttern. Mit diesen Worten führte Minister, die auf den Hof, wo Turala die Familie des gewinkten Zirkels traf. Und hallo, Talarin, Mahlzeit. Berliner Bub. Schönen Samstag noch. Sonnabend ist ein Wort, was mich komplett verwirrt. Immer. Schon. Es hat so viel wie Sonntag. Und Sonntag ist noch nicht. Denkt man schon wieder, man müsste neue arbeiten. Hallo Darkness. Darf ich dir vielleicht eine private Frage stellen? Ich frage lieber vorher, bevor ich dir privat schreibe. Mach mal, ob ich antworte, werden wir dann sehen. Ob du danach noch hier schreiben kannst, werden wir auch sehen. Genau. Füttern, gefressen oder gefressen werden. Nur auf Agonisch. An alle Soldaten mit sofortiger Wirkung werden keine unbestätigten Gerüchte über ungewöhnliche Sichtungen oder Geräusche in und um die Festung mehr diskutiert. Solch schlams Gewäsch schädigt die Moral eurer Kameraden und ist nichts weiter als unnütze Spekulationen und Gerüchtemacherei. Sämtliche Berichte über verdächtige Vorkommnisse sind mir sofort zwecks einer persönlichen Einschätzung zu übermitteln. Bitte legt eure Berichte in dem runden Behältnis neben meinem Schreibtisch ab, General Garwin. Hallo Krümel. Nein, ihr dürft ja, solange es keine weirden Sachen sind, Leute. Vertrauliche Depesche. Nein, kriegt keine Fußfotos von mir. Kann empfehle es einen wunderschönen. Samstagmittag. Wenn ihr es schafft, euch unbemerkt davon zu schleichen, trefft die anderen an den Ruinen im Fluss. Ich habe den Soldaten befohlen, die Gegend zu meiden. Daher solltet ihr keinen Ärger bekommen. Zerstört diese Nachricht, sobald ihr sie gelesen habt, Durel Galvalni. Oder ich werde euch zu Asche verbrennen. Hauptmann Dronil, zu euren Diensten. Habt ihr einen Augenblick Zeit, Hauptmann? Mehr als einen Augenblick kann ich leider nicht entbehren. Der General ist jetzt schon sehr ungehalten mit mir. Was habt ihr falsch gemacht? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich war immer pflichtbewusst, bin dem Willen des Tribunals gefolgt und habe die Festung ehrenvoll verteidigt. Ich habe sogar die sinnlosen Befehle des Generals durchgesetzt. Meist sogar wider besseren Wissens. Ich habe eine Anweisung auf dem Schreibtisch des Generals gesehen. Er hat vor, euch wegen Befehlsverweigerung hinzurichten. Ich bin Soldat und meinem Haus und dem Ebenherzpakt treu ergeben. Ich habe geschworen, meinen Vorgesetzten bedingungslos zu gehorchen. Es steht mir nicht zu, Befehle zu hinterfragen, nicht einmal die sonderbarsten. Wenn ich hingerichtet werden soll, dann ist dem eben so. Lasst mich bis dahin bitte wieder meine Pflicht erfüllen. Da ist schon wieder rein. Was ist hier los? Ach, da steht er. Oder sie, besser gesagt. Ich habe diese Notiz gefunden. Der neue Bedienstete des Generals kommt mir irgendwie verdächtig vor. Die Ruin am Fluss? Der General ließ sie abregeln und hat befohlen, dass das Betreten verboten ist. Hm. Höchst merkwürdig. Wir müssen mehr über diesen Dure Gilbeni, den Bediensteten des Generals, herausfinden. Warum hat der General ihn in die Ruinen geschickt? Und wer sind diese anderen, auf die sich die Notiz bezieht? Ihr könnt... Ich könnte dorthin... Was? Ich könnte dort hinuntergehen und mal nachsehen. Ich hatte die Hoffnung, dass ihr das sagen würdet. Wenn ich verschwinde, wird es jemand bemerken und Alarm geben. Der Eingang zu den Ruinen ist unten am Fluss, hinter dem Versorgungszelt. Wenn ihr etwas Wichtiges findet, bringt es direkt zu Hauptmann Walek. Ich bin auf dem Weg. Wo soll ich jetzt hier hin? Uff. So. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch fertig. Noch fertig. Oh, jetzt kommt hier auch noch eine Nebenquest. Was ist denn los? Hey, hier drüben! Helft mir! Annette, musst du töten. Befreit mich! Den dreien sei Dank! Ihr seht nicht aus wie einer dieser wahnsinnigen leidgeborenen Kultisten. Wer seid ihr? Und wie seid ihr hier unten eingeschlossen worden? Ich bin Saruven. Ein Soldat aus der Feste. Ich, äh, könnte mich vielleicht zum Fluss geschlichen haben, um mal in Ruhe fernab meiner Vorgesetzten einen kleinen Schluck zu trinken. Schaut mich nicht so an. Auf jeden Fall haben mich diese dummen Kultisten geschnappt. Und ehe ich mich versah, war ich hier eingesperrt. Ich hole euch da raus. Einer dieser Leidgeborenen dürfte den Schlüssel haben. Und noch eine Sache. Einer von ihnen hatte ein gruseliges, daedrisches Buch dabei, als sie mich hier hineingeworfen haben. Sie brachten es in die unteren Tunnel. Wenn ihr an dieses Buch kommt, dann kann ich damit meine Abwesenheit erklären. Wir werden es sehen. Tötet mich nicht. Zur Hilfe. Warum kauert ihr euch hier zusammen? Ich, ich hab gesehen, was ihr den anderen Leidgeborenen angetan habt. Ich will nicht so enden wie die anderen in der großen Halle. Dann sagt mir, was da unten vor sich geht. Wir sind die Leidgeborenen. Ihr habt uns keine Befehle zu erteilen. Wir kontrollieren euren General. Wir kontrollieren eure Feste. Ihr seid zu spät, um uns noch aufzuhalten. Sagt mir alles, oder ihr sterbt auf der Stelle. Schon gut. Tötet mich nicht. Ich erzähl euch, was ich weiß. Der echte General ist tot. Geopfert im Namen unserer großen Herren Magistra Vox. Wir haben eine daedrische Wesenheit heraufbeschworen, um ihn zu ersetzen. Das Simulacrum trägt seine Gestalt. Welches Simulacrum und wo kann ich das finden? Es ist ein Dremora. Er ist hier in einer der Kammern unten. Er besucht dort alle paar Stunden die Leiche des Generals, um seine Form aufrecht zu erhalten. Bitte. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Verschont mich. Oh. So. Leben. Na, so. Ö. Ihr seid gefragt. Ihr seid gefragt. Ihr entscheidet. Dün, 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 dün. Warum seid ihr so brutal unterwegs? Oh, nee. Es wird eng. Es wird eng. Ihr wollt wieder nur ein Unentschieden rausholen. Doch kein Unentschieden. Heute nicht. Not today. Not today. Not today. Not today. Und wie gesagt, nochmal nicht wundern. Ich muss mir vielleicht noch was anderes mal überlegen wegen dem Claim-Ding. Vielleicht kriege ich das auch hin, das einfach zu unterdrücken ohne den Time-Out. Na? Äh, aber... Äh, aber... Ja, ja, Martin, das weiß ich. Aber bei mir hat er das irgendwie erst nur gemacht, wenn ich eine Strafe einführe. Und deswegen habe ich einen Time-Out von einer Sekunde reingesetzt. Ihr seid stärker als diese hirnlosen Leitgeborenen. Aber dann habe ich mich auch nicht mehr großartig weiter drum gekümmert, muss ich sagen. Morro Wind wird in Schutt und Asche liegen. Box wird dieses Land zerschlagen. Aus dem Grund, was ich eben gerade erklärt habe, weil es meinen Chat unglaublich vollballert, wenn ihr alle... Und das ist nicht böse gemeint. Ähm... Äh, wenn alle hier schreiben, hey, danke, ich habe meine Ouroboros-Kiste erhalten von mir. Danke, danke, danke. Dann sieht man halt gar nichts mehr. Äh, deswegen wird es einfach mit einer Sekunde Time-Out sozusagen unterdrückt. Und Time-Out ist aber leider halt auch so, dass deine vorherigen Nachrichten einfach verschwinden. Aber es ist nichts Schlimmes. Aber wie gesagt, ich muss da auch nochmal genauer gucken. Vielleicht geht es auch ohne Time-Out. Und einfach nur so, aber... Da es jetzt auch schon so lange keine Tropfen mehr gab, habe ich mich da auch ehrlich gesagt nicht mehr drum gekümmert gehabt nach dem letzten Mal. Ich habe den Schlüssel und das Buch gefunden. Welch eine Erleichterung. Jetzt lasst mich raus und gebt mir das Buch. Ich muss bei Feldwebel Marell Meldung erstatten. Vielleicht könntet ihr ein gutes Wort für mich einlegen. Ihm sagen, wie tapfer ich war? Ich lasse euch heraus, aber ich werde nicht für euch lügen. Was? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich selbst um Feldwebel Marell. Wenn ihr nichts Hilfreiches sagen könnt, dann sagt lieber gar nichts. What the fuck? Ist das jetzt hier ein bisschen zickig oder was? Ja. Du wirst zwar ab und zu mal im Chat sehen und dann dich dann vielleicht wundern, aber das ist einfach bei Subs und bei... Wenn ich das mache, dann passiert da nichts. Ja, was wir durchgemacht haben, ja, wir haben schon echt, boah, Artezeiten hinter uns. Das war schon krass. Saruven wurde gefangen genommen, als er sich von der Feste entfernt hat. Er hat das Buch nicht gefunden, das war ich. Das entspricht mehr dem Saruven, den ich kenne, als die Geschichte, die er mir erzählt hat. Ihr habt richtig gehandelt, als ihr mir die Wahrheit sagtet. Ich kümmere mich um Saruven. Hey, hier nix und... Ich bin gleich soweit, Sarah. Ja, es gibt richtig, richtig schöne... ...NPCs, die man eh so kennenlernen kann. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Äh, Night Fox, La Kiki, das habe ich gar nicht gesehen. La Kiki, Belle und Koffi, Ninja. Vielen, vielen Dank für eure Follows vorhin. Sorry, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Vielleicht habe ich... ...auf meine Schale mit Hähnchen rings geguckt und habe alles in Gedächtnis verloren. Misshandlungen, Erpressung, sich einfach alles nehmen, was einem gerade gefällt. Jemand sollte diesen Schlägern die Stirn bieten. Millennia. Wunderschönen guten Tag. Was für Schläger. Psst, nicht so laut. Ihr werdet mich noch in Schwierigkeiten bringen. Die Schildwachen haben schon viele Soldaten für weitaus weniger zum Heiler geschickt. Abgesehen davon seid ihr hier fremd. Ihr solltet euch nicht einmischen. Das hat mich noch nie aufgehalten. Nun, die Schildwachen erwarten sicher nicht, dass ihr sie herausfordert. Aber sie sind ein fieser Haufen. Und tödlich. Schaut mal, wenn ihr fest entschlossen seid, euch einzumischen, dann sprecht mit Kommandant Taldün auf dem Übungsplatz. Er ist ihr Vorgesetzter. Ich spreche mit Taldün. Setzt euren Hals nicht für mich aufs Spiel. Erzählt mir mehr von den Schildwachen. Sie hatten schon immer eine bösartige Ader. Versteht mich nicht falsch. Sie sind hervorragende Krieger. Aber seit der General sie zu den Vollstreckern in diesem Lager gemacht hat, nun, sagen wir mal, sie sind etwas zu übereifrig geworden. Ich sollte wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ich bin hier, um zu helfen. Alles bleibt unter uns beiden. Das verspreche ich. Nun gut, aber ihr habt es nicht von mir gehört. Seit der General sie zu den Vollstreckern in diesem Lager gemacht hat, sind die Schildwachen zu dreisten Verbrechern geworden. Sie erpressen sogar Schutzgeld von den Leuten. Nund wollte nicht zahlen. Jetzt hat er drei gebrochene Finger. Das ist eine Ungerechtigkeit. Habt ihr mir noch mehr zu sagen? Ich habe schon zu viel gesagt. Ich will nicht noch mehr Ärger, als ich ohnehin bereits habe. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann sprecht mit Kommandant Taldün. Aber gebt auf euch Acht. Die Schildwachen sind furchteinflößende Gegner. Danke für die Warnung. Setzt euren Hals nicht für mich aufs Spiel. Erzählt mir mehr von den Schildwachen. Sie hatten schon immer eine bösartige Ader. Versteht mich nicht falsch. Sie sind hervorragende Krieger. Aber seit der General sie zu den Vollstreckern in diesem Lager gemacht hat, nun, sagen wir mal, sie sind etwas zu übereifrig geworden. Ich sollte wahrscheinlich nicht mehr sagen. Sie suchen immer noch nach dem Kerl, der es getan hat. Seid ihr immer noch nicht, wird der Reparatur fahrt. Nee, ja, wie gesagt, Konsole. Aber da kommt, naja, ich will jetzt nichts, man weiß es nicht. Im nächsten Patch kommt wieder ein bisschen was, Quality of Life. Was der Konsole hilft. Hier kommt nämlich noch eine viel, viel genauere Gesamtübersicht. Wir müssen mal gucken, was ich schon mit der Zeit immer mehr in den Sohn. Vielleicht kommt auch mal eine offizielle Minimap. Man weiß es nicht. Ich habe auch früher nie mit Minimap gespielt, muss ich dazu sagen. Ich bin eher auch immer der Kamera hier und dann wird hier kurz markiert und dann renne ich da hin. Was kann ich für euch tun? Soweit ich weiß, habt ihr ein Problem mit einigen eurer Soldaten. Lasst mich raten. Ihr habt mit Fervyn gesprochen. Ein ordentlicher Koch, aber mit weniger Verstand gesegnet, als er Zurade in Schafen gegeben hat. Er sollte wissen, dass man sich da nicht einmischt. Verschwindet einfach. Das geht euch nichts an. Ihr werdet also weiterhin zulassen, dass diese Soldaten die Feste terrorisieren? Ich habe das nicht zu entscheiden. General Gafrün hat sie zu Vollstreckern gemacht. Damit haben sie das Recht, alles zu tun, was immer sie wollen. Wenn ich das auch nur ansprechen würde, wäre ich so gut wie tot. Entschuldigt aber, durch diese Schlinge werde ich meinen Kopf nicht stecken. Vielleicht kann ich helfen. Ihr könnt es versuchen. Die Schildwachen gewinnen ihre Macht vor allem durch Einschüchterung. Die einzige Methode, um sie aufzuhalten, besteht darin, sie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Fordert ihre wildesten Kämpfer heraus, damit sie sich euch stellen. Besiegt sie und ihr habt ihren Einfluss auf das Lager gebrochen. Wenn das der einzige Weg ist, diese Sache zu beenden, dann soll es wohl so sein. So, aber ich gucke mal was. Och, jetzt haben wir aber, eigentlich muss ich ja hier jetzt noch Schildwachen herausfordern. Bist du eine Schildwache? Bist du eine Schildwache? Rückt mir nicht so nah auf die Pelle. Hallo Speed Elf. Zeit für eine Abreibung. Schildwache. Stellt euch wie im Kampf. Hm. Ich hoffte auf eine etwas größere Herausforderung. Da ihr nicht so hart ausseht, dürft ihr den ersten Schlag führen. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt was sagen, was mit groß und hart zu tun hat. Ihr seht gar nicht so hart aus. Aber, zu unserer allen Liebe, lass ich es. Der Sieg ist euer. Ich gebe auf. Ja, Außenseiter. Hm. Ich hoffte auf eine etwas größere Herausforderung. Gut, die sagen mal das Gleiche. Der Sieg ist euer. Ich gebe auf. Gerichten zufolge wurde die Tiefe geklärt. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, bla, bla. Von einem gehalten, Alter. Es reicht. Ich gebe auf. Lauf Janet weg. Ich kann es kaum glauben. Ich dachte, die Schildwachen würden Hackfleisch aus euch machen. Ja, klatschhaft. Eins der Mysterien. Ich überrasche euch sehr gerne. Ihr habt uns alle überrascht. Insbesondere die Schildwachen. Ich würde sagen, dass die Tage, in denen sie alle schikaniert haben, vorbei sind. Gut gemacht. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal weiter und machen dann die Scharen fertig und ziehen dann nach Schattenfällen. Ich freue mich schon. Unglaublich, weil Schattenfällen, boah, habe ich es immer gemocht. Wow. So, aber jetzt was wir jetzt auch machen. Wir gucken mal. Nico streamt heute nicht. Heißt, wir haben den Raid frei. Und ich gucke mal, wen wir raten. Erster Gedanke war Fufuns, aber Fufun ist auch schon sehr, sehr lange heute am Stream. Sie wird gleich offline gehen, da bin ich mir fast sicher. Auch schon seit fünfeinhalb Stunden dabei. Ria Silva und Black Mockingjay. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Einen schönen Nachmittag noch. Bohnhilde, dir auch. Ich gehe mal kurz zu Fufuns und frage, wie lange sie noch streamt. ansonsten habe ich auch einen Ausweichpartner. Ich habe nur leider gerade Werbung, deswegen höre ich sie nicht. Ah, okay. 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 Gut, dann gucke ich dir jetzt. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen zu Papa Bär. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Habt Spaß. Genießt vielleicht noch ein bisschen das schöne Wetter da draußen. Danke, dass ihr alle wieder mit am Start wart. Danke für die ganze Unterstützung. Die Follows, die Subs, die verschenkten Subs, das ganze Zeug, dass ihr einfach nur da seid und mit mir den Samstag und auch dann hoffentlich morgen den Sonntag verbringt. macht so weiter und wie gesagt, wir gehen rüber zu Papa Bär und lassen ihn mal ein bisschen eh so Familiengrüße da. Ich esse jetzt noch was. Ich habe dann noch eine Hochzeit. ja, wie gesagt, morgen ab 8.30 Uhr wieder Verlies-Stream. Sonntag, Montag, Abend, dann Geburtstag-Stream. Es gibt viel zu gewinnen. Danke, 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 danke. Es war mir eine Ehre. Haut rein und grüßt mir den Bär. So, wir gucken, was er so hat. Danke fürs letzte Follow. Darkness, danke. Und auch Caruso Fitch, danke. Ria Silva, danke. Danke, danke, danke. Jetzt geht's rüber. Danke. Danke. Danke.